Gut, wollen wir anfangen. Willkommen zur 152. Fraktionssitzung. Wir haben den 3. Mai 2016. Wir begrüßen das K-Office in Hürth. Ja, habe ich mir gemerkt. Ich komme aus Hürth. Das ist ein sehr schönes Lied, einer meiner Lieblingsbands. Wir beginnen wie immer mit dem öffentlichen Teil. Wir beginnen wie immer mit Top 0. Genehmigung des Protokolls vom letzten Mal. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen, Anregungen, irgendwas? Freiwillige Frau Grumpy. Ja, ich muss leider wegen der nicht öffentlichen Protokolle vom letzten Mal noch einmal auf nächste Woche vertrösten, weil wir halt aus gesundheitlichen Gründen nach wie vor einen Engpass zu beklagen haben, den wir so schlecht gerade aufgefangen bekommen. Sehr gut, als hätten wir es geplant. Frank, bitte. Ich habe das so verstanden, auch dass das Normale von der letzten Woche noch nicht fertig war. Sprich, normalerweise macht Adelina ja einen Abgleich. Deswegen würde ich sagen, dass wir den Punkt jetzt gar nicht beschließen, weil Adelina ist da noch nicht drüber gegangen. Über das öffentliche Protokoll von letzter Woche. Insofern sollten wir das nächste Mal vielleicht. Dann machen wir das. Mir ist das egal, ich bin über meine Punkte drüber gegangen, die sind in Ordnung. Ich hoffe, dass das jeder tut. Ja gut, dann machen wir das so, oder? Dann schieben wir den Punkt einfach aufs nächste Mal. Sehr gut. Ich habe noch eine Vorbemerkung, bevor wir jetzt mit Top 1 anfangen. Damit wir zeitlich nicht wieder in die Bredouille geraten, wie beim letzten Mal und wie so häufig schon. Und da der Phrasitimer nicht funktioniert, haben Grumpy und ich uns jetzt mal aufgeteilt, haben uns zwei verschiedene Timer gestellt. Unser Plan ist, nach 15 Minuten sollte es wieder in irgendwelchen Berichten, in Diskussionen ausatmen oder Ähnliches und wir dadurch nicht alle Punkte durchkriegen, werden wir nach 15 Minuten den Top unterbrechen, werden ihn ans Ende schieben, machen erstmal mit den anderen Tops weiter, damit wir zumindest alle Tops einmal behandelt haben, damit alle Tops dran gekommen sind und wir dann nicht wieder irgendwas hinten über die Klippe fallen haben, wie schon so häufig. Fürs nächste Mal also geplant ist, dass der Phrasitimer auch bald wieder funktioniert. Mal gucken, vielleicht schon beim nächsten Mal, wir wissen es noch nicht, aber wir sind da dran. Gut. Gut ist, dass ich mir dann mein Handy weggelegt habe, Grumpy, voll eine gute Idee. Nicht. So, wir beginnen mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit. Ich habe jetzt elf Leute gezählt, kann das jemand bestätigen? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf, MDL, genau. Das heißt, wir sind beschlussfähig, trotz aller Befürchtungen. Dann können wir anfangen mit Bericht der Pressestelle. Mario. Im Protokoll ist Crean, glaube ich, falsch eingeschrieben, oben weiter, guck mal nach. Wir haben in der letzten Woche Presse gemacht zu Whistleblowing, zu Investitionsstau bei Krankenhäusern, zu E-Mobilität und zur Steuervermeidung im Staatsauftrag. Das haben wir am Samstag gemacht. Das war, wie ich fand, ganz lustig. Ich habe allerdings tatsächlich noch nicht gecheckt, wie weit das aufgenommen wurde oder wie weit das weitergespielt werden kann. Wir haben zurzeit laufend Vorbereitung zum Tag der offenen Tür. Wir sind weiter dabei, Open Antrag zu machen. Das ist im Plan. Wir haben angedacht auf Referentenebene noch ganz, ganz am Anfang eine Verbraucherschutz-Offensive. Wir sind beim Pirate-Art-Set der Kunstausstellung weiter, so dass wir jetzt in der Produktion schon der Einladungskarten sind. Wir arbeiten an den Setcards. Und wir haben, wie gestern in der Vorstandssitzung auch, erste Themenflyer angefragt zu bestimmten Themen. Gestern ging es zum Videoüberwachung. Das kommt, glaube ich, noch vor der Sommerpause. Wir arbeiten weiter am digitalen Kompass und der Öffentlichkeitsarbeit. Dazu werde ich aber später was sagen, wenn es im nicht öffentlichen Teil. Wir haben den BGE-Flyer rausgebracht zum Wochenende hin und den auch gleich verteilt zum 1. Mai. Wir haben die Postkarten, Flyer, Poster und so weiter für diese Umfrage, Nachfrage, Feedback zur Verfassungskommission, zu den Fragen zur Verfassung rausgebracht. Wir sind weiter im Jugendlandtag und wir haben gestern einen weiteren Termin zur Gamescom gehabt, wo wir schon ganz konkret in Planung eingestiegen sind dazu, was war sehr produktiv. Und last but not least, und auch wenn Creo nicht da ist, läuft die Aktion Feierschein frei. Und wenn Tina möchte, kann sie dazu vielleicht ein, zwei Sachen sagen, weil sie ist da mehr im Thema als ich. All diese Sachen könnt ihr auch auf meinem öffentlichen Kalender sehen und euch laufend aktualisiert über diese Themen informieren und auch einen Sachstand rausfinden. Was ich gestern schon im Vorstand gemacht habe, und das mache ich sehr selten und eigentlich auch ungewohnt, ich möchte Michelle danken für sein Engagement rund um den 1. Mai, der die Kommunikation, die zwischen Landesvorstand und Fraktionen, die ein wenig hoppelig war, ich musste lernen, dass eine Bestätigungsmail nicht unbedingt bedeutet, dass das, was da drin steht, auch ausgeführt wird. Dass das geklappt hat, soweit es ging, dafür nochmal meinen Dank, hat er mir ein bisschen aus der Patsche geholfen. Und ansonsten sind wir momentan relativ problemlos, wir haben weitere Presseanfragen an einzelne Abgeordnete, das ist aber den Thematiken geschuldet, also sprich, da ist kein besonderes Gewicht. Ich nenne mal beispielsweise Berdelsmann, Pua, Whistleblowing, was halt gerade so anliegt. Kein Schwerpunkt. Fragen? Ja, dann ergänze ich noch kurz, wir haben für den 3. Juni eine Veranstaltung in Bielefeld in Vorbereitung, es wird eine Podiumsdiskussion BGE, das ist im Prinzip eine Fortsetzung der Reihe, die wir mit Moni hier in der Villa Hurion angefangen haben. Und Creon, also Oliver, ist mit der Enquete in Italien. Wir haben da die Bewerbungen für die Modellkommunen, ich glaube es sind jetzt sechs oder sieben Kommunen, die sich beworben haben, die haben einen Themenkatalog ausgefüllt, wir dürfen das auch alles veröffentlichen, was sie geschrieben haben. Wir sind da auf einem guten Weg, wir werden das, wenn die beiden, also Gregor und Oliver wieder da sind, weiter verfolgen, unsere neue Homepage oder Facebook-Seite vielmehr. Funktioniert sehr gut, also wir haben das ja so als Test angefangen, um mal zu gucken, ob das die richtige Plattform ist, aber funktioniert wunderbar. Und ja, die Kampagne entwickelt sich wirklich vielversprechend. Ich habe Olaf gesehen, keine Meldung? Okay, dann Dietmar jetzt und dann Frank. Jo, danke. Zunächst einmal bezüglich der Pressemitteilung, Steuervermeidung, vielen lieben Dank an Mario, unseren Pressesprecher, der überobligationsmäßig auch am Samstag auf den Knopf gedrückt hat, um die Pressemitteilung zu versenden. Vorbereitung erfolgte bis einschließlich Freitag, unter Berücksichtigung der am Vortag stattgefunden haben HFA-Sitzung. Und das Thema kocht weiter. Es köchelt nicht nur, sondern es kocht insbesondere auch, unter Berücksichtigung der gestrigen Meldungen zu den Kumkum-Geschäften der Commerzbank, diverse Milliarden Steuern, die dort vermieden wurden. Man muss immer sagen, es handelt sich um legale Maßnahmen, in der Regel. Und dennoch sind sie gemeinwohl schädlich. Und wenn der Staat sich selbst bescheißt, ist irgendwo Ende. Ich denke, dass wir da einen guten Standpunkt haben und auch sehr gut rejustieren können, sprich auftreten können. Deswegen ist die Pressemitteilung, auch wenn sie vielleicht noch nicht, Mario, jetzt so breit aufgegriffen worden ist, sicher auch eine Vorbereitung für das, was noch kommt. Denn unser Finanzminister schickt sich ja immer wieder an, der große Moralapostel sein zu wollen. Dann soll er mal anfangen hier. Und da hat er sicherlich eine Menge zu tun. Es geht weiter sicherlich, denke ich. Und nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit der Bargeldgeschichte, will ich nur ankündigen, die heute die Anhörung hat hier im Landtag. Und da gedenken wir auch noch was im Anschluss daran zu tun. Sehr übrigens sehr namhafte Sachverständige, die sich um dieses Thema bemüht gezeigt haben und dieses auch weiterhin tun werden. Bundesbank, Verbraucherzentrale, sprich Bundesverband der Verbraucherzentralen und, und, und. Professoren, Doktores, Volkswirte, Sozialwissenschaftler etc. Gut, Frank? Jo, ja, ich denke, jede Pressemitteilung ist ein Statement, auf das man auch immer wieder zurückkommen kann, auch wenn es jetzt nicht direkt am nächsten Tag gewirkt hat. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob es zu irgendwas nicht gekommen ist. Ansonsten vielen Dank für die Liste. Ich denke, ob es zu irgendwas nicht gekommen ist. Nicht gekommen? Ja, massenhaft Sachen, natürlich. Die Liste wäre unendlich lang. Ich habe ganz viele Ideen, zu denen ich nicht komme. Ich kann noch mal sagen, zu was ich nicht nicht gekommen bin, nämlich Anfragen von Abgeordneten bearbeitet. Dazu bin ich nicht nicht gekommen. Ich möchte immer noch weiter um Input bitten. Es gibt viele Themenfelder, wo wir mehr machen könnten. Ich mag auch den Diskurs zwischen uns beiden, weil wir da nicht immer einer Meinung sind, aber das ist immer fruchtbar. Kommt auf mich zu, macht mehr. Wir haben natürlich etwas, was mir manchmal ein bisschen fehlt, ist die Möglichkeit des schnellen Austausches, wo man einfach auf Sachen schnell reagieren kann und dann niemand da ist. Das ist manchmal schwierig und ich mich momentan noch nicht in der Lage sehe, wirklich festzustellen, da geht es hin und ich mache es dann alleine. Das kommt. Und dann werden wir da noch schlagkräftiger. Aber jetzt, dass ich ad hoc wirklich etwas einfach nicht gemacht habe, fällt mir, wenn euch was einfällt, sagt man das bitte. Vielleicht, weil ich bin natürlich fehlbar. Was? Ja, die Pause war für den Widerspruch. Nein, wenn irgendjemand bemerkt, dass mir mal was durchrutscht, kommt bitte direkt auf mich zu. Ich hoffe, das ist nur menschlich und kann dann schnell behoben werden. Gut, dann habe ich noch Toso. Ich hatte eine Rückfrage zu Dietmar eben. Dietmar, du sagtest, dass diese Cum-Ex-Geschäfte legal gewesen werden. Das Letzte, was ich jetzt zuletzt... Okay. Weil das Letzte, was ich zu der Thematik jetzt gelesen habe, war, dass das Bundesfinanzministerium da eine falsche Auskunft gegeben hat, die aber höchstrichterlich korrigiert worden ist. Vielleicht kannst du das nochmal einmal kurz erläutern. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Ja, also man muss hier ganz klar unterscheiden zwischen sogenannten Cum-Ex-Geschäften und den jetzt neu aufgeploppten Cum-Cum-Geschäften. Also da gibt es schon noch Unterschiede. Ja, du guckst auch, Mario, es gibt tatsächlich... Ja, Cum-Ex-Geschäfte sind andere Geschäfte als die Cum-Geschäfte. Es hat in jedem Falle etwas mit der Übertragung von Aktien zu tun und dem Verleihen von Aktien auch unmittelbar um den Zeitpunkt der jeweiligen Hauptversammlung und Dividendenausschüttung. Letzteres ist... Also ich denke, wir werden natürlich gucken müssen, ob und inwieweit hier auch in Nordrhein-Westfalen auch möglicherweise unter Beteiligung von Landesbeteiligungen, möglicherweise aber auch unter Beteiligung von kommunalen Beteiligungen und Beteiligungsgesellschaften solche Geschäfte tatsächlich durchgeführt worden sind. Dies möglicherweise auch von sogenannten Auslandstöchtern von Landesbetrieben etc. Auch das wird man schauen müssen. Wir reden immerhin bei diesen Cum-Cum-Geschäften, wohlbemerkt, nicht den Cum-Ex-Geschäften. Du hast vollkommen recht, Doso. Das Bundesverfassungsgericht hat sich dazu geäußert. Auch der Bundesfinanzminister hat sich dazu geäußert. Und ja, es steht sehr stark in Frage und es ist noch nicht ausgeurteilt, also zumindest in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, ausgeurteilt, ob und inwieweit hier strafbare Handlungen vorgelegen haben. Aber was die Cum-Cum-Geschäfte angeht, darf man jetzt schon sagen, relativ safe, dass es sich dabei um legale Geschäfte handelt, die eben ausschließlich unter Ausnutzung von sogenannten Steuerschlupflöchern stattgefunden haben. Gleichwohl ist es natürlich höchst fraglich, ob solche Geschäfte dann von Banken und anderen durchgeführt werden dürfen, die dazu noch der staatlichen Rettung unterliegen haben. Und auch in der Hand des Staates sich befinden zu einem nicht unbeträchtlichen Anteil. Ich hoffe, dass... Aber ich werde bemüht sein, dass vielleicht auch im Rahmen einer entsprechenden, ja vielleicht an der Stelle einen Blogbeitrag, Mario, da auch für die Öffentlichkeit aus unserer Sicht dann mal eine kurze Darstellung zu machen, um die Differenzierung klar zu machen, Cum-Ex, Cum-Cum und was daraus für Folgen entstehen für Nordrhein-Westfalen. Mario? Dazu nur ganz kurz als Ergänzung. Xing hat mich heute Morgen begrüßt mit den 167 Millionen Quartalsgewinnen der Commerzbank. Der Artikel ist auch mittlerweile von der Startseite genommen. Dann noch ein ganz kleiner Hinweis nebenbei. Wir haben heute Tag der Pressefreiheit. Und es gibt eine ganz interessante Umfrage von Bayerischen Rundfunk zur Wirksamkeit von Presse und zum Eindruck in der Bevölkerung. Eine repräsentative Umfrage, die ich jedermann ans Herz legen möchte. Ich habe sie heute Morgen schon durchgearbeitet. Die Interpretation des BR auf ihrer eigenen Seite ist, gibt dem Ganzen eigentlich Nahrung, ist ein bisschen dämlich. Aber es kann sich jeder mal anschauen, wie Medien momentan wahrgenommen werden in der Bevölkerung, was auch viel mit der politischen Wirksamkeit dann einzelner Fraktionen, auch unserer, zu tun hat. Tatsächlich spielt das damit in den Reihen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wie sich Wahrnehmung von Medien als Establishment, zu dem wir auch gehören, so bitter, dass wir den einen oder anderen klingen, guckt euch das mal an, wenn ihr das habt. Ich werde dazu auch noch mal gucken, weil das wirklich sehr, sehr interessant ist und auf, wie wir agieren, beziehungsweise teilweise erkennen lässt, warum wir so aufgenommen werden, wie wir aufgenommen werden, weil das direkt auf uns ableitbar ist. Aber das nur nebenbei. Wer den Link haben will, sagt kurz Bescheid. Gut, ich sehe keine weiteren Meldungen. Zu dem Punkt. Das bleibt auch so. Dann kommen wir zu Top 3. Bericht des Fraktionsgeschäftsführers Hartmut, bitte. Am Sonntag zum 1. Mai ist unser Befragungstool an den Start gegangen. Wir haben es also in Recklinghausen getestet. Das war ein Fragenkatalog vom ÖPNV-Team. Das sind jetzt übersichtliche 57 Interviews, aber das Ergebnis ist, das Ding funktioniert. Und Plan ist jetzt, dieses Befragungstool im Zusammenhang mit dem Cow-Office einsetzen, mindestens zweimal im Monat einzusetzen mit festen Fragebatterien, sodass wir feststellen können, was entwickelt sich eigentlich. Und wir werden dann, wenn es beim nächsten Mal eingesetzt wird, auch deutlich im Vorfeld kommunizieren, wie das Online von jedem, der es möchte, verfolgt werden kann. Das ist also das Ziel. Und ich finde, die ersten Ergebnisse sind schon ganz interessant. Zumindest eine Bekanntheit von Fahrscheinfrei können wir noch arbeiten. Wir haben angefangen mit dem Thema Netzwerkanalyse, und zwar zusammen mit Sam Saini. Sam Saini ist ein Netzwerkanalytiker, sehr aktiv auch im Bereich Open Government. Das Ziel dabei ist es, wie sieht eigentlich unsere kommunikative Vernetzung auf den einzelnen Plattformen Twitter und Facebook aus? Also mit welchen anderen Seiten kommunizieren wir? Wie intensiv und wie sehen da einzelne Themen aus? Das Ganze wird visualisiert, sodass man da auch ein Bild von kriegt. Das ist erstmal ein statisches Bild. Aber was wir wollen, ist ein Monitoring, um dann die Entwicklung zu sehen. Es geht jetzt im nächsten Schritt darum, welche Initiativen, Verbände, Vereine und Unternehmen, jetzt insbesondere in Nordrhein-Westfalen, bewegen sich auf diesen Plattformen, die mit unseren Kernthemen zusammenhängen. Sind wir eigentlich mit denen verknüpft? Entsteht da eine Kommunikation, eine wechselseitige? Und wenn wir nicht mit denen verknüpft sind, dann müssen wir uns halt mit denen verknüpfen. Wir müssen wissen, wie viele Kontakte erreichen wir eigentlich mit diesen Netzwerken? Erreichen wir bei einem Thema 60.000 Menschen? Erreichen wir kontaktmäßig 150.000 Menschen? Und vor allem, wie entwickelt sich das? Kriegen wir da eine Dynamik rein? Dazu kommt, dass wir neben dieser virtuellen Vernetzung schauen müssen, wie wir analoge Vernetzungen initiieren können, die dann wiederum reflektiert werden auf diesen Plattformen. Das heißt, können wir mit unserem Car-Office das anheizen? Also als Beispiel, zum Beispiel hier in Düsseldorf gibt es den Factory Campus, sicherlich für uns ganz attraktiv. Wenn man dann mit dem Campus hingeht und eine Begegnung initiiert, dann hat man auch neben einer Vernetzung auf dem Social-Media-Bereich auch eine analoge Vernetzung, die dann natürlich wieder reflektiert wird. Das heißt, wir müssen irgendwie wissen, wie entwickelt sich unsere Kommunikationskraft. Wir überlegen auch, oder ich denke, dass es ganz sinnvoll ist, im Zusammenhang mit Car-Office auch mal Instagram zu nutzen und nicht nur Facebook und Twitter. Und am Ende, wie gesagt, relativ schnell, ich hoffe, dass wir das innerhalb der nächsten 14 Tage hinkriegen, muss ein festes Monitoring stehen, wo man den Social-Media-Bereich regelmäßig monitoren kann, damit man einen Blick hat, welchen Input geben wir, wie sind wir vernetzt, welche kommunikative Kraft entwickeln wir. Das war's. Genau drei Minuten. Gibt es Rückfragen? Ideen, Anmerkungen? Anträge? Das ist nicht der Fall. Sehr gut. Vielen Dank, Kartenmut. Dann kommen wir zu Top 4, Bericht des Vorstellungsreferats und aus den Kernarbeitskreisen. Bitte sehr. Ja, wir haben Schnick, Schnack, Schnuck gespielt und ich bin dran heute. Also, Bericht aus den Kernarbeitskreisen. Im Kernarbeitskreis 1 Aktuelles wurde der TTIP-Eintrag erarbeitet, beziehungsweise noch weiter besprochen und insofern abgesegnet, dass jeder seinen Senf da nochmal zugeben konnte. Ihr werdet ja gleich in eurer Weisheit darüber abstimmen. Im Kernarbeitskreis 2 hatten wir erst einen Bericht von den Anti-Nazi-Demos, beziehungsweise Anti-Nazi-Demos im Ruhrgebiet und da war der Mitarbeiter von euch aus dem Wahlkreisbüro da und hat berichtet. Das war, wie ich fand, ein sehr interessanter Beitrag. Ja, nur schade, dass so wenig da waren. Zweitens haben wir über das Thema Integrationsplan der Rot-Grün gesprochen, über die Absprachen, die Sachverständigengespräche, Vernetzung der jeweiligen Erkenntnisse aus den Sachverständigengesprächen, beziehungsweise Anhörungen. Dort gibt es ja, wie ihr hoffentlich wisst, ein Pad, wo wir Referenten, beziehungsweise natürlich Abgeordnete, auch dementsprechend noch Ergänzungen an den von uns vorhandenen Änderungsantrag schreiben können. Da gab es eine kleine Diskussion, ob es noch Sinn macht, eventuell einen Entschließungsantrag zur Endabstimmung zu stellen. Aber das ist alles noch nicht ausgereift. Es wurden mal alle Möglichkeiten durchgespielt. Der Kernarbeitskreis 3 ist ausgefallen, mangels Masse. Das ist ein sehr unschönes Ding, weil wir schon einen kassiert haben. Also ich habe so ein bisschen die, also es ist jetzt noch keine Tendenz zu sehen, aber während den Anfängen und ich hoffe, dass das eine einmalige Situation war, sodass, ja, was nutzt es ja mit zwei Leuten da sich gegenseitig, also gehen wir lieber einen Kaffee trinken, sage ich ganz ehrlich. Zumal ich noch dazu anmerken möchte, dass wie immer bisher die Anzahl der Abgeordneten zu wünschen übrig lässt. Punkt. Appell Nummer 7. Des Weiteren hatten wir gestern in der Schattenfraktion, Schrägstrich Referentenrunde, festgestellt, dass es nur noch neun Plenarsitzungen bis zum Ende der Legislaturperiode sind, sodass wir oder ich, ich habe vor allen Dingen dafür gesprochen, aber andere haben das, ich sage mal, gotiert mit Nicken, eigentlich den Ball gerne mal in eure Richtung zurückspielen wollen, sodass ihr euch mal darüber klar werdet, was wir in diesen neun Plenarsessions hier noch spielen wollen. Weil, eigentlich sind es keine neun mehr, ist mir auch egal, wir hatten neun. Naja, formal sind es neun, de facto sind es vielleicht noch drei, vier inhaltliche und der Rest ist Wahlkampfgetöse, aber auch das muss vorbereitet sein. Und an dieser Stelle würde ich gerne den Ball, oder sage ich jetzt persönlich, aber auch, ich glaube, im Namen des Vorstandsreferates den Ball in eure Richtung spielen und zu sagen, was sind hier die Themen, was sollen wir noch beackern. Weil, ich sage mal so, drauf zu hoffen, dass aus der Referentenrunde, natürlich mit den Fachabgeordneten abgesprochen, hier es heraus sprudelt, ist, glaube ich, angesichts der aktuellen Situation hier allgemein vielleicht nicht so. Also, ich wollte nur das mal anregen, dass ihr euch bitte darüber Gedanken macht, was wir in diesen, also unterstützt von uns natürlich, aber ihr seid die Entscheider und nicht, wir sind nicht hier der alleinige Think Tank für Initiativen. So, ist meine persönliche Auffassung, aber wie gesagt, mit einer doch nonverbalen Unterstützung einiger Fehler. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung meinerseits, wir hatten in dem Kerl-Arbeitskreis Aktuelles auch noch über das Thema Whistleblower-Antrag gesprochen, das ist aber aus verschiedenen Gründen dann nicht zu einem weiteren Antrag gekommen, da würde ich mit Dietmar auch nochmal drüber sprechen, er hat ja da auch sich mit beschäftigt, Interview, Westpol, du erinnerst dich, ist aber jetzt für diese Plenarsitzung nicht mehr, aus dem Hattel Frank durchaus zu Recht angeregt, sich nochmal mit dem Salafismusprävention zu beschäftigen. Das schließt an oder knüpft an an das Fraktionentreffen, wo wir auch über unsere Vorstellung von richtiger Sicherheit gesprochen haben, wo wir einen Schwerpunkt auf Prävention setzen wollten, aber auch das wird nicht mehr trotz eines vorhandenen Anlasses Attentat auf die SIG-Kapelle, SIG-Kapelle sagt man oder Tempel, don't know, sorry, Kapelle ist vielleicht ein bisschen, Entschuldigung, also SIG-Tempel, wo es einen konkreten Zusammenhang gibt, wo jemand als Täter im Verdacht steht, der aus einem Präventionsprogramm kam, also das ist ein Thema, was wir aufgreifen können, aber auch nicht mehr für diese Plenarsession und ansonsten schließe ich mich auch Hilma an, also es ist schon auch so, dass die Kernarbeitskreise Anregungen geben können, aber die Entscheidung liegt natürlich bei euch, was noch bespielt wird und gerade im Zusammenhang mit dem BGE-Antrag und dem weiteren Verfahren, wie wir es jetzt doch nochmal in die verschiedenen Ausschüsse bekommen, wäre es an den Fachabgeordneten, denen, also bei allen ist ja thematisch irgendwas draus zu machen, wir kriegen es halt jetzt nicht zu Anhörungen in diversen Ausschüssen, in die wir den Antrag überwiesen haben, an euch nochmal zusammenzusetzen, mit uns, ohne uns, wie auch immer, um zu einem Ergebnis zu kommen, wo wir das noch bespielen wollen, das Thema, wenn wir es denn noch verstärkt bespielen wollen, auch insbesondere nach der Sommerpause im Hinblick auf den Wahlkampf. Das war es an Ergänzung von meiner Seite, danke. Gut, gibt es Fragen, Ideen, Anregungen? Monika. Ich habe nur eine Frage, es ist ja mal angedacht worden, in den Kernarbeitskreisen auch die Möglichkeit des Mumbles zu geben, weil ich das manchmal einfach nicht schaffe und ich wollte mal gerne wissen, wie weit da die Dinge gediehen sind. Das war ja eigentlich mal der Plan, dass man da eine größere Runde hat, die da mitwirken. Da haben wir gleich was zu auf der TU, da erzähle ich was zu. Also technisch ist es nicht so trivial und da es in einem anderen Zusammenhang diskutiert worden ist, auf den der Michel gleich noch zurückkommt, überhaupt eine Einbindung von externen irgendwie in die Runden zu haben, wird es gleich nochmal thematisiert werden. Aber wir haben offensichtlich die Möglichkeit noch nicht geschaffen oder schaffen können. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Ja, Moment, Moment. Erst die Timer resetten, dann geht es weiter. Jetzt wird aus Versehen einen angemacht. So, dann kommen wir zur Top 5 Beauftragung für den Fachbereich Pflege. Ich habe notiert hier, Olaf steht als Sprecher zur Verfügung. Die Frage ist im Grunde genommen, dass wir sagen, Olaf, mach das, mach das nicht. Der Olaf möchte sicherlich was sagen dazu. Bitte schön. Ja, es war jetzt noch das dritte Mal jetzt irgendwie auf der Tagesordnung, aber ich würde es jetzt, glaube ich, heute auch nochmal, also das, was du gesagt hast, ist soweit richtig. Ich habe mich mit Daniel soweit abgesprochen, dass ich im Bereich, den er macht, also eigentlich Gesundheit, wo ja auch Pflege drunter fällt, den Bereich Pflege übernehme, das im Prinzip so ähnlich mache, wie Lukas das mit Cannabis macht. Also wenn die Themen im Ausschuss dran sind, werde ich am Ausschuss teilnehmen, und ich würde es weiterhin Daniel machen. Soweit die Absprache. Was ich jetzt eigentlich wollte, warum das jetzt auf der Tagesordnung immer wieder gekommen ist, ist, wollte eben auch, oder wir wollten dann auch, dass das jetzt offiziell noch von der Fraktion bestätigt wird, sprich, dass ich zum pflegepolitischen Sprecher ernannt werde. Da der Daniel aber heute nicht hier ist, und das jetzt erstmal reicht, also ich meine, ich kann ja jetzt erstmal weitermachen, das ist ja auch nicht so, dass ich das jetzt unbedingt von heute auf morgen brauche, und ich finde, das hat nun mal eben ein Geschmäckle, wenn die Person nicht da ist, wenn man da jetzt eine Wahl macht, würde ich das gerne nochmal auf nächste Woche verschieben, mit sei denn, meint jetzt jemand was anderes. Aber schon mal als Info, dass ich jetzt demnächst dann in der Fraktion für den Bereich Pflege zuständig bin. Gut, also Olaf möchte das gerne schieben. Gibt es dazu Anmerkungen, Ideen? Möchte jemand was anderes machen? Nein? Dann schieben wir das aufs nächste Mal. Dann kommen wir jetzt zu Top 6, Bericht zu den Aktivitäten der Fraktion am 1. Mai. Gibt es dazu Wortmeldungen? Sonst sag nur ich was. Herr Grumpy. Ja, von meiner Seite auch nochmal den Dank an alle, die es zeitlich unterbringen konnten, in allen möglichen Städten, Gemeinden und Kommunen aufzuschlagen. Ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass ich sozusagen Sicherheitshalber morgens nochmal eine SMS rumgeschickt habe, um vorsichtig nachzufragen, wer wo ist, weil ich das im Laufe des Tages auch immer ganz gerne ein bisschen noch im Netz bespielt habe. Danke übrigens auch nochmal an Michel, dass er tatsächlich die, ich sag mal, Tour de Ruhr, beziehungsweise Tour NRW mit, ich weiß nicht, drei, vier Standorten durchgezogen hat. Ich selber konnte Köln und Düsseldorf nachmittags mitnehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sehr interessante Gespräche, auch sehr kritische Gespräche, was mir auch mal gut tut. Auch mit den eigenen Leuten, aber hauptsächlich mit den Leuten da draußen. Aber eins möchte ich ganz dringend loswerden, Köln, die bei DGB, drei Euro für eine Bratwurst, das ist nicht wirklich solidarisch. Von daher, wir haben nochmal den ersten Mai. Machen wir drei Euro für ein Bier, nie wieder Piratenpartei. So geht das doch. Frank, bitte. Ja, dann mache ich mal weiter mit dem, mit dem Dank an die Leute, die unterwegs waren, auch hier in Düsseldorf. Viel los, die Bratwurst hat hier nur zwei Euro gekostet. Ich fand, wir hatten gute Ansprachen sogar, war zwar kein Pirat auf der Bühne, könnte sich ja nicht, war ein Gewerkschaftsvertreter, aber sehr viel und sehr positiv zum Thema Integration, Aufnahme von Flüchtlingen, fand ich sehr gut. Aber natürlich auch das ganze andere Paket, Solidarität, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Soweit ich gesehen habe, auch hier aus Düsseldorf, Übertragung in Phönix, live. Ja. Ein Hinweis noch zur Vorbereitung für Piraten, die unterwegs sind, wobei meistens klappt das. Zu einer Fahne gehört auch ein Halter. Also, ja, eine Fahnenstange. Macht die Verwendung irgendwie etwas einfacher, sinnvoller. Aber es geht natürlich, wenn man eine Beachflake hat, dann kann man sich die irgendwie umbinden. Aber, so, ansonsten, ja, vielen Dank, es war eine ganze Menge unterwegs. Der Johannes-Raus-Platz war voll, lange bis in den Nachmittag rein. Auch mit am guten Wetter. Lustig fand ich, dass, ja, sehr viele bunte Stände draußen waren. Der einzige Stand, den ich unter der Brücke gesehen habe, etwas verloren. Die hatten halt mit Regen gerechnet, um dann sicher einen Platz zu haben, war die CDU. Die standen auch die ganze Zeit noch da alleine. Aber, wie gesagt, es war ja knalliger Sonnenschein und ein ganz guter, erfolgreicher Tag, glaube ich. Jo, vielen Dank. Joachim, wenn dein Name schon da steht, könntest du ja nicht runternehmen. Aber, ja, also, zum Thema. erst mal danke an alle, auch Basis-Gurken, die vor Ort waren, dass, ich war, wie gesagt, an vier Standorten, leider in Recklinghausen ein bisschen früh, weil die Demo war noch unterwegs und bevor die am Stand ankamen, musste ich dann weiter, weil durch ganz NRW zu fahren, das ist doch eine Menge Fahrzeit, verdammte Tat. sehr großes Land, ja. Aber, auf jeden Fall, da stand ja auch unser Car-Office und das, wir hatten da einen sehr guten Platz, was dann ja auch gezeigt hat, den Erfolg, den dann Nico und Olli da hatten, auch mit dem, auch mit dem Umfragetool, Research2Go. In Bielefeld waren eigentlich keine Parteien auf dem Platz erlaubt. Der Hack in Bielefeld ist, dass die Bielefelder Piraten einen Pirat haben mit RAD, das ist ein Fahrrad, so ein Lastenfahrrad, das entsprechend beklebt ist und mit dem fahren sie dann einfach auf den Platz und fangen an, ihre Sachen zu verteilen und wenn dann einer kommt und sagt, hör mal, ihr müsst hier aber weg, dann fahren die einfach 30, 40 Meter weiter an den Rand der Veranstaltung und machen einfach weiter. Was ich sehr witzig fand, weil ich meine, das ist dieses Lifehack, das ist das, was uns als Piraten noch so einigermaßen mal ausmachte, spontan irgendwo aufzulaufen. Das hat da sehr gut funktioniert und es waren auch sehr viele Leute vor Ort und zu Köln lässt sich noch sagen, sehr witzig war, dass die Veranstaltung in Köln offiziell das Ende 17 Uhr hatte. Ich kam gegen halb vier an, die anderen Parteien und Organisationen bauten ab, direkt gegenüber, die Linke hatte einen dreimal so großen Stand wie die Kölner Piraten, waren aber dann nach einer halben Stunde weg und rundherum baute alles ab und das führte dazu, dass, sagen wir mal so, um halb fünf spätestens die eine Hälfte des Platzes komplett leer war, bis auf den Stand der Piraten, was natürlich dazu führt, dass alle Leute, die sich da noch für interessierten, überhaupt auf diesen Platz da zu kommen, auf den Heumarkt zu kommen, dass sie natürlich zum Piratenstand gegangen sind, weil sonst war ja nichts da. Dann wurde es relativ voll und es waren dann auch sehr interessante Gespräche und wie ich fand, zumindest teilweise augenöffnend, nenne ich das mal, dass bestätigt wird, was wir hier schon häufiger sagen, dass Leute sagen, Mensch, ich habe mich jetzt mal mit euch auseinandergesetzt und wenn man nach euch sucht, findet man sogar was und dann macht ihr sogar richtig gute Sachen, aber leider findet ihr mit den guten Sachen einfach viel zu selten irgendwo statt und dadurch kriegt die breite Masse der Leute tatsächlich nichts mit. Vier Leute wollten zum Stammtisch kommen am Montag. Ich habe jetzt nicht nachgefragt, ob die auch wirklich gekommen sind. Bei ein, zwei von denen hat vielleicht auch das Kölsch ein bisschen den Willen, zum Stammtisch zu kommen, vermehrt. Und ein letztes, was sehr spannend war für mich, natürlich waren am Stand die schulpolitischen Diskussionen, weil natürlich gefragt wurde, auch nächstes Jahr als Wahlkampf, was sind denn eure Themen? Und wenn ich dann Digitalisierung genannt habe und dann aus meinem Bereich natürlich schulpolitisch was gesagt habe, ich hatte das Glück, dann direkt immer einen Lehrer oder eine Lehrerin vor mir stehen zu haben, die entsprechend, sagen wir mal, zu unserem Handyverbotsantrag zum Beispiel eher kritisch eingestellt waren, allerdings am Ende, wenn man dann erklärt, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwie Lehrer da verdammen wollen oder dass wir die beschimpfen wollen, dass sie zu blöd sind, zu unterrichten oder sonst was, sondern wenn man einfach erklärt, dass es darum geht, dass wir so ein bisschen Politik in die Zukunft machen wollen, dann sind sogar die am Ende mit einem Lächeln und zehn Flyern nach Hause gegangen und haben gesagt, sie werden sich das wirklich mal ernsthaft durchlesen, was da so unser Programm ist. So weit. Joachim. Ja, danke. Ich will nur ganz kurz, ich war in Neuss, knapp 500 Leute waren da, nochmal bestätigen, was der Frank gerade gesagt hat. Es gab ein Grußwort von dem neuen SPD-Bürgermeister, der gleichzeitig den Stellenpool der Stadt aufgestockt hat, Neuss als arbeitnehmerfreundliche Stadt, Solidargemeinschaft, bla bla bla. Auch was die Flüchtlinge angeht, das ist von allen, von zwei DGB-Rednern und von einem von der IG Metall positiv aufgegriffen worden, mit direkten Spitzenrichtung AfD, kein Platz für Rassisten, bla und blub und hasse nicht gesehen, also das war durchaus positiv. Hat auch viel Beispiel gekriegt, Leider waren die Piraten nur durch eine Person vertreten, durch mich oder durch anderthalb, wenn man meine Frau und den Dackel mitrechnet. Wir sind aber registriert worden, ja meine Frau ist kein Pirat, deswegen halb, so. Aber der Dackel. Aber es ist registriert worden, dass der Piraten-MDL aus dem Landtag, einer der Piraten-MDL aus dem Landtag bei der Veranstaltung war, das ist auch vom Podium runter registriert worden, von daher Flagge gezeigt, alles gut. Und ich habe mich gefreut über viele Multikulti-Stände, also von Bratwurst bis Falafel gab es alles, war richtig krass, war eine rund und bunte Veranstaltung und ich denke, man muss den DGB mal ein bisschen kitzeln, auch was so aktuellere sozialpolitische Themen wie BGE angeht oder so, vielleicht geht da was. Das ist zumindest so mein Eindruck. Also man fängt an, darüber nachzudenken in diesem Riesentanker, von daher gar nicht so schlecht. Hab ich. Ja, ich weiß. Oh, ich habe die ganze Zeit ins Mikro geredet. Ich muss euch sagen, dass ich tatsächlich ein bisschen überzogen habe gerade. Ein bisschen? Anderthalb Minuten, Entschuldigung, das kriegt jetzt die Opposition als Redezeit oben drauf. Frank. Ja, auch nur noch mal ganz kurz, noch mal in Ergänzung. Also die Besonderheit ist ja, wenn halt auf so einem Gewerkschaftstag der Arbeit so sehr pro Flüchtlinge geredet wird. Es wird ja immer wieder jetzt im Osten gesagt, hier, die nehmen uns Arbeitsplätze weg, die nehmen uns Geld, alles Mögliche weg. Und diese starke Solidarität aus der Gruppe Arbeitnehmer, Gewerkschaften, das ist schon, ja, das ist einfach super. Gut. Grumpy. Frank, ich möchte da kein Wasser in den Wein schütten. Was ich zumindest in Köln und in Düsseldorf nicht so wirklich wahrgenommen habe, so merkwürdig sich das jetzt anhören mag. Nach den Wählerwanderungen, Einzelne wie die GB-Vorsitzende hatten dies angemerkt, dass gerade auch die Gewerkschaften intern viel stärker wieder den Solidarcharakter hervorheben müssen. Die Wahlergebnisse zeigen, dass sehr viele Gewerkschaftsmitglieder selber bei den letzten Wahlen tatsächlich zum Beispiel stark nach rechts Richtung AfD abgewandert sind. Das ist ein Punkt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, wenn im Rahmen der gewerkschaftlichen Tätigkeiten dies kaum auf solchen öffentlichen Veranstaltungen kundgetan wird, halte ich das für ein bisschen schwach. Da müssen die Gewerkschaften, finde ich, ob man die jetzt mag oder nicht, selber noch mal ein bisschen nachlegen. Frank. Jo. Es gab ganz klare Hinweise auch vom Podium an, nicht namentlich genannte, aber an Funktionäre durchaus, die halt eine andere Haltung haben, also sich auch parteipolitisch nicht jetzt direkt nur orientieren, aber die halt, wie gesagt, bestimmte Positionen vertreten, aber es gab halt vom Publikum, von den Leuten, die da waren, halt die Zustimmung pro Flüchtlingspolitik, pro Solidarität und insofern, es wurde thematisiert, es findet eine Debatte in den Gewerkschaften statt, das war schon zu spüren, aber von denen, die da waren, ganz klares Signal dafür, für Flüchtlinge, für Solidarität mit denen und kein Schüren von Angst, dass was weggenommen wird oder sowas. Das wollte ich nur zum Ausdruck machen. Haben wir noch einen Wortbeitrag? Nach 14 Minuten 48 Sekunden. Das ist nicht der Fall. Jawoni! In Bochum war auch nett und ihr wart am Bahnhof, habe ich gehört. Und am Bahnhof. Für gegen Nazis. Und wenn du was sagst, dann sag es bitte ins Mikro. Ja, und um 14 Uhr dann bei dieser Anti-Nazi-Demo, das fand ich irgendwie auch ganz cool, weil letztendlich sich alle demokratischen, fast alle demokratischen Parteien sich da beteiligt haben. mal, das war ganz gut. Also die SPD, die Grünen und die Piraten. Ja, CDU war natürlich nicht dabei, wie sollte es anders sein. FDP auch nicht. Aber nur für das Protokoll. Gut, gut, wenn es weiter keine Wortmeldungen gibt, kommen wir jetzt zur Top 7 Vorbereitung der nächsten Plenarsitzung 11., 12., 13. Mai. So, dazu haben wir ein weiteres Pad. Nein, Entschuldigung, einen OwnCloud-Dings-Link. Ich kopiere das mal eben. Na, ist auch egal. Also, wir haben fünf Anträge. Der erste ist schon eingereicht. Und nur zur Info, das ist der G9 jetzt. Die Landesregierung muss den Willen der Menschen in Nordrhein-Westfalen endlich ernst nehmen. Antrag, was da noch fehlt ist, wie wollen wir damit umgehen? Da möchte die Moni jetzt was zu sagen. Und was hätten wir gerne für einen Block? Also, erst mal möchte ich zu dem Antrag selber was sagen. Ich habe relativ, also ganz viele ist Quatsch, aber im Verhältnis zu sonst, viele Reaktionen von Telefonanrufen über Mails von Leuten, die mich halt persönlich irgendwie kontaktiert haben, die gesagt haben, sie fänden das total gut. Ich habe auch gesehen, auf unserer Seite sind einige Kommentare. Da müssen wir, glaube ich, noch mal gucken, was wir da antworten. Das läuft also wirklich ganz gut. Ja, der Antrag ist der Eilantrag, den wir ja schon für das letzte Plenum haben wollten, der abgelehnt wurde. Es muss auf jeden Fall eine direkte Abstimmung sein, weil es macht keinen Sinn, das noch mal irgendwie zu besprechen. Die Positionen sind ja sind ja klar. Ich habe noch mal ein bisschen zwiespältig, weil, wie gesagt, es ist seit Jahren darüber geredet worden, jeder weiß, was der andere denkt. Ich überlege halt tatsächlich noch, da hätte ich euch jetzt gefragt, ob wir eine Block 1 oder Block 2 machen. und das ist ja immer so ein bisschen zwiespältig, weil... Soll ich jetzt aufhören? Nein. Weil, also es gäbe schon was zu reden und ich fände halt eine zweite Redezeit gut. Das Problem ist ja immer das Gleiche, dass die anderen Fraktionen dann immer noch umso mehr Redezeit haben. Insofern bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, was wir da machen, aber... Ja, aber weißt du, sonst habe ich acht und die anderen haben zwölf oder ich weiß nicht wie viel und ob uns das dann rettet, da bin ich mir halt auch nicht so sicher. Was meinst du, Michel? Also ich würde Block 1 machen und dann die fünf Minuten aber auch voll ausfüllen. Also ich würde... Dann jetzt Simone, dann Olaf. Also wenn ihr Block 1 macht, dann würde ich auf jeden Fall sehen, dass ihr ohne Ende Zwischenfrage und Kurzintervention irgendwie reinhaut bei den anderen und dann noch mal mehr Zeit zum Argumentieren und zum Offennehmen habt. Frage, ich stelle jetzt mal so in den Raum und einfach auch mehr oder weniger als Überlegung. Was spricht denn gegen Block 2? Also das gerade bei dem Thema finde ich, könnte es funktionieren. Wir haben mehr. Die anderen haben auch mehr, aber die wollen ja sowieso zu dem Thema nicht sprechen. Das heißt, die werden unter Umständen sowieso sehr wahrscheinlich am Thema vorbeireden oder sich unter Umständen auf G9. Also die können ja nicht auf G8 gehen. Das würde ja völlig gegen ihre Strategie verstoßen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt von euch was anderes höre... So. Nee, die wollen G9... Äh, die wollen... Stimmt. Nee, klar. Habe ich mich jetzt gerade verteidigt. Die wollen natürlich G8. So. Das heißt, das heißt, lasst die doch G8 so lange verteidigen, wie sie wollen. Die Bevölkerung beziehungsweise die Mehrheit der Menschen, die zumindest bei dieser Abfrage gemacht haben und die Mehrheit der Schüler sind trotzdem, sind für G9. Und dann haben wir acht Minuten. Das jetzt mal so in den Raum gestellt, weil es da ja gar nicht so sehr darum geht, irgendwo jetzt was zu klären im Sinne von wegen Sympathien noch für ein Thema zu gewinnen, sondern einfach nur den Leuten zu zeigen, wir stehen auf eurer Seite. Wir haben so viel zu sagen, lass uns Block 2 machen. Das tut ja nicht weh. Sollen die anderen nicht länger Quatsch reden? Oh, Entschuldigung. Lieber Dietmar, du bist natürlich vor mir dran. Du kannst gerne noch, aber vielleicht kannst du dann danach noch was sagen, das würde vielleicht auch passen. Also, ich glaube, Block 2 kommt gut. Es gibt zwei wesentliche Säulen in einem Land, die Regierungshandeln ausmachen, meines Erachtens. Und das ist einmal ein vorderster Front, Bildung, und dann kommt Wirtschaft. Und dann kommt noch was anderes. Diese G8, G9-Geschichte ist irgendein Führungsanspruch, den hier Frau Löhrmann geltend macht, von Anfang an dieser Legislaturperiode. Und ich sage euch eins, egal wann ich den Fernseher, das Radio eingeschaltet habe in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, und das Thema G8, G9 war, hieß es immer, die einzigen, die gegen G8 sind, politisch betrachtet, sind die Piraten. Aber, und das hört man dann auch, ja, aber die kann man ja irgendwie nicht wählen. Ey Leute, doch, kann man wohl. Ich bin der Auffassung, wir sollten G2, äh, Quatsch, Block 2 machen. Und warum kann man nicht, ich weiß nicht, wer redet und wie geredet wird, warum kann man nicht, gerade vor diesem Hintergrund, dieses doch so ach, so wichtigen Themas, vor allen Dingen, wo hier auch gegen Menschen regiert wird, gegen die Meinung der Eltern regiert wird, warum kann man hier nicht einen Mitregierungsanspruch geltend machen? Lasst uns doch mal ein Fass aufmachen, Leute. Lasst uns doch mal ein Fass aufmachen und sagen, Leute, ihr kriegt überhaupt nur eine gute Bildungspolitik und eine gute Wirtschaftspolitik und eine Sonsterspolitik, wenn ihr Piraten wählt und Piraten hier in der Mitverantwortung für Regierungshandel stehen. Ja, jetzt sehe ich wieder grinsen und, und, und. Aber was soll's? Was haben wir verdammt nochmal zu verlieren? Lasst uns doch einen, bitte schön, Mitregierungsanspruch geltend machen. Mario. Also erst mal steht er so. Absolut der Überzeugung, dass es bei Moni in sehr guten Händen ist. Nur mal so als mein Eindruck. Ich weiß nicht, wer diesen klugen Satz gesagt hat. Für Schulpolitik, für Bildungspolitik wird man nicht gewählt, aber man wird dafür abgewählt. Was hier passieren könnte, ist, nicht unbedingt, dass wir wahnsinnig Stimmen für uns bekommen, aber wir machen eine klassische Oppositionsaufgabe. Wir weisen darauf hin, wo etwas an den Menschen vorbeigeht, wo etwas nicht passiert, wie du eben gesagt hast, vorbeiregiert wird an den Menschen. Und darauf weisen wir hin. Ob das einen direkten, also unmittelbaren Benefit für uns hat, sei dahingestellt. Aber wir können, weil wir es haben, Kompetenz belegen und wir können eine Oppositionsaufgabe wahrnehmen, nämlich da, wo die Regierung fehlhandelt, darauf hinweisen und so für die Menschen da sein. Ich würde da auch nicht so sehr auf den Benefit schielen. Der kommt, wenn wir gut sind, automatisch. Hier haben wir die Chance. Ich würde dieses Thema wirklich gerne sehr intensiv bespielen. Entschuldigung, ich habe auch nur einen Satz zu Dietmar. Also ich würde jetzt nicht eine andere Ebene aufmachen wollen und hier über Regierungshandeln sprechen wollen. Wir sprechen über G8 und G9. Ich überbrücke die Stille mal eben für den Stream und fasse zusammen. Wir haben uns für Block 2 entschieden. Es gab noch ein bisschen Hin und Hergeplänkel und Diskussionen, aber man ist nicht allzu weit auseinander. Gut. Parteien treten eh an, wenn sie gewählt werden, um Politik mitzugestalten und das heißt, dass man zur Not auch, wenn man Pech hat, mitregieren muss. Von daher hat man immer Regierungsanspruch als Partei irgendwie. Möchtest du noch mal? Ja, dann do it. Ich bin da völlig bei dir, Michel. Leider Gottes ist das intellektuell auf intellektuell höherer Ebene sicherlich verstanden, aber die Menschen wollen auch diesbezüglich einen klaren Hinweis haben. Andere Parteien sprechen tatsächlich eben den Anspruch an, mitregieren oder regieren zu wollen. Alle tun dies. Die Einzigen, die es nicht tun und glauben, dass sie durch gute Arbeit, dass das bei sich, bei den Leuten ohnehin im Kopf festpflanzt und dann quasi die logische Konsequenz davon sei, dass sie auch gewählt werden wollen und vielleicht sogar mal irgendwann mitregieren wollen, das sei dann die logische Folge. Ich bin der Auffassung, dass das nicht so ist, sondern ich bin der Auffassung, dass wir es auch tatsächlich mal sagen sollten. Wir wollen das. Wir sagen immer, wir wollen gute Arbeit machen. Wir sind im Prinzip die Blaupausenschreiber für andere. Andere profitieren von unserem Handeln, weil sich irgendwann andere an unsere guten Ideen, an unser gutes Arbeiten dranhängen und das für sich vermarkten und zwar mit der Attitüde und mit dem Etikett, wir wollen regieren und weil wir das, weil wir gute Politik machen, wollen wir regieren, weil wir sind gut für die Menschen. Das ist ja das, was die Botschaft der anderen Parteien letztendlich ist. Wenn das aber, was wir tun, ebenfalls gut ist und eine gute Botschaft auch für die Menschen im Lande ist, insbesondere jetzt im Bereich Bildung, einem der stärksten Politikfelder in einem Land und einem der wichtigsten Politikfelder, dann sollten wir das auch sagen, dass wir das wollen. Ich weiß nicht, was daran falsch ist. Also muss jetzt nicht in der Rede sein, aber im Rahmen dessen, im ganzen Kontext, glaube ich, sollten wir uns da vielleicht einfach mal da in die Richtung aufstellen. Danke. Gut. Gibt es zu dem G9-Jetzt-Antrag noch irgendwie keine weiteren Wortmeldungen? Dann fängt jetzt der nächste Block an mit Steuergerechtigkeit herstellen. Tatenstattworte, mehr Betriebsprüfer jetzt. Ich glaube, da möchte der Dietmar was. Da brauche ich gar nicht viel zu zu sagen. Ich glaube, der Antrag selber, der da fordert, wir brauchen mehr Betriebsprüfer im Land, weil Betriebsprüfungen seit vielen Jahrzehnten eigentlich unterdimensioniert durchgeführt werden. Es ist direkt im ersten Absatz die Rede davon, dass, ich sage mal jetzt mal, Kleinstbetriebe nur statistisch gesehen alle 100 Jahre geprüft werden, also faktisch nie. Mittelbetriebe, und das ist die große Mehrzahl aller Betriebe, ungefähr alle 30 Jahre. Das heißt, da passiert auch nicht viel, denn wenn nach 30 Jahren geprüft wird, sind sämtliche steuerlich relevanten Tatbestände praktisch verjährt, außer die der letzten 10 Jahre. Eine Forderung, die wir auch schon in den Haushaltsberatungen mehrfach eigentlich mal zumindest angesprochen haben, dann auch hinterfragt haben in den Haushaltsberatungen zum Haushalt 2016, wollen wir jetzt markieren, wir wollen die Landesregierung festnageln auf die Tatsache, dass wir mehr Betriebsprüfer brauchen, denn wir haben zu wenig und der demografische Wandel sieht einfach vor, dass beim Abbau von circa 1.300 bis 1.400 Steuerbeamten pro Jahr in den nächsten Jahren noch weniger Betriebsprüfer da sein werden, heißt auch weniger Einnahmen. Das Land braucht Geld, dieses Geld kommt aus Steuereinnahmen in der Regel und da spielen nun mal bekanntermaßen, auch bestätigtermaßen, auch durch Fachleute bestätigt, wie zum Beispiel auch den Bundes-, wie aber auch den Landesvorsitzenden der Deutschen Steuergewerkschaft, Betriebsprüfer eine wesentliche Rolle, die ein Mehrfaches dessen, was sie kosten, tatsächlich durch Betriebsprüfungen und nämlich durch nachträgliche Steuererhebungen reinholen. Und das soll der Antrag hier fixieren und zwar bevor die Landesregierung im Rahmen der Haushaltsberatung auf den Trichter kommt, hey, wir haben jetzt das Ei des Kolumbus gefunden, wir haben das schon letztes Jahr gesagt, dass wir das brauchen und dass wir das wollen und das wollen wir jetzt hiermit markieren beziehungsweise einfach den Flock in den Boden rammen. Und da soll man im Rahmen der direkten Abstimmung die Landesregierung beziehungsweise Rot-Grün gegenstimmen. Da bin ich dann ganz witzigerweise ja ironisch berührt, möchte ich mal sagen, wenn das der Fall ist. Also ich glaube das nicht. Führt aber auch dazu, Rot-Grün, nee, die Grünen, insbesondere Sebastian Abel hat das aufgegriffen, was wir schon in den letzten Haushaltsberatungen mehrfach hinterfragt hatten und hat dann im Februar eben Ähnliches gefordert, wie wir es jetzt hier beantragen. Und da bin ich gespannt, wie das im Rahmen der regierungstragenden Fraktionen ausdiskutiert wird. Torso. Ja, das kommt jetzt vielleicht für denjenigen, der uns nur ab und an beobachtet, ja relativ kurzfristig. Ich weiß, Dietmar, dass du ja seit bestimmt schon drei Jahren in Gesprächen bist mit den Fachleuten. Diesen Break-Even, dass mehr Leute in Rente gehen, als überhaupt ausgebildet werden, hatten wir, glaube ich, schon vor zwei Jahren. Das heißt, das ist absolut notwendig. Aktuell ist die Situation in vielen Finanzämtern so, dass aus den Bereichen, wo normale Steuererklärungen bearbeitet werden, Leute ohne großartige Weiterbildung und Ausbildung in den Betriebsprüferbereich gezogen werden, massiv, weil die Leute da halt in Ruhestand gehen, was zur Folge hat, dass die Arbeit da schlechter wird und dass für jeden, der auf seinen Steuerausgleich wartet, das Ganze immer länger dauert. Diese sogenannten grünen Wochen gehören inzwischen bald eher zur Regel in vielen Finanzämtern als zur Ausnahme. Grüne Wochen meint, alles, was reinkommt, kriegt einen Stempel und geht genauso wieder raus, ohne dass da einer reingeblättert hat. Ganz schlimme Geschichte, es kann sich kein Finanzminister hier hinstellen und über Steuervermeidungsstrategien und Steuerhinterziehungen meckern und gleichzeitig sein eigenes Haus nicht in Ordnung halten. Und das wirklich absehbar seit Jahren, fast schon seit zwei Jahrzehnten, weil der demografische Wandel ist ja jetzt keine Eintagsfliege an der Stelle. Super. Ganz kurz, absolut richtig, Toso, hast du es nochmal gut auf den Punkt gebracht. Wir differenzieren gerade auch deshalb in der Antragstellung. Wir wollen hier keinen plakativen, reißerischen Antrag stellen, sondern einen konzeptionellen Grundlagenantrag, der eben gerade nicht nur die aktuelle Akquisition von Personal, sprich also auch aus in Ruhestand gehenden Leuten will, sondern eben auch zusätzlich Personal in Ausbildung und das ist das Entscheidende, dass eben die Ausbildung erfolgen muss. Da muss Weiterbildung und Ausbildung, Fortbildung, der Finanzminister soll ein Konzept vorlegen und da bin ich mal gespannt, was kommt. Dagegen kann man eigentlich nicht sein. Deswegen auch direkte Abstimmungen. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Punkt? Falls ihr gerade etwas verwirrt war, der Grumpy hat 15 Minuten für alle sechs Anträge, fünf Anträge eingeplant, das wird etwas knapp. Ich habe das mal pro Antrag gemacht. Grumpies Eier sind jetzt hart. Grumpies Eier sind gekocht. Super. Das hättest du auch vorher da. So, ja, kommen wir also zur Abstimmung. Da wir über diesen Antrag ja noch abstimmen müssen, wer dagegen ist. Wer dagegen ist, diesen Antrag einzubringen, möge sich jetzt melden. Gibt es jemanden, der Sie enthalten möchte? Das ist beides nicht der Fall. Dann ist das einstimmig, dass wir den Antrag einbringen. Direkte Abstimmung habe ich schon gehört. Block 1. Für den Grumpy. Das ist das einstimmig, das ist das einstimmig, das ist das einstimmig. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Top, beziehungsweise zum nächsten Antrag, Verkehrssicherheit gewährleisten, Diskriminierung von Cannabiskonsumenten verhindern. Der Frank möchte was dazu sagen. Lukas hat mich freundlicherweise gebeten, kurzfristig. Ja, dieser Antrag gehört zum Cannabis-Portfolio der Fraktion. Wie der Titel vermuten lässt, geht es nicht darum, Grenzwerte für den Cannabiskonsum im Straßenverkehr festzulegen, sondern es geht ein weiteres Mal, dringendes Mal darum, die Debatte über die Gefährlichkeit von Drogen auch im Straßenverkehr zu führen und eine Gleichbehandlung herbeizuführen, nämlich die Diskriminierung von Cannabiskonsumenten zu verhindern. Wer des Lesens mächtig ist, das sind hoffentlich viele, man kann sich das auch vorlesen lassen, ist der Antrag sehr interessant, hat auch sehr viele Forderungspunkte, die im Rahmen außerhalb des Beratungsverfahrens, hier außerhalb des Landtags, auch kommuniziert werden sollen und wo Lukas schon angedeutet hat, dass er mit vielen Fachvertretern Gespräche führen möchte, eine Podiumsdiskussion auch anstoßen möchte zu diesem Thema. Und deshalb soll auch dieser Antrag zunächst im umgekehrten Verfahren eingebracht werden. Um nach Ende dieser ganzen, sowohl im Landtag, wie auch außerhalb des Landtags stattfindenden Debatte, noch mal im Plenum zusammenfassend debattiert werden zu können. Gibt es weitere Fragen, Ideen? Umgekehrtes Verfahren. Halt der Verfahren gerade gesagt. Das ist Block 0 oder so. Block 0. Gut, gibt es Fragen, Anmerkungen, Ideen, weitere Hinweise zu dem Antrag? Das ist nicht der Fall, dann frage ich jetzt, soll der Antrag eingebracht werden? Block 0 ist direkte Abstimmung. Block 0 ist umgekehrtes Verfahren. Hallo? Das ist total logisch. Gut. Also, wer dagegen ist, dass wir diesen Antrag einbringen, der möge das jetzt bekunden. Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann ist das einstimmig. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Der da heißt, Nach den TTIP-Leaks ist das öffentliche Vertrauen in das transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen vollkommen zerstört. TTIP muss ausgesetzt werden. Wer möchte dazu etwas beitragen? Herr Joachim. Ja, der Grund für den Antrag und die Gelegenheit, das mal wieder zu spielen, sind natürlich die Greenpeace, die TTIP-Leaks. Und wir können jetzt noch mal richtig auf die Wurst taunen. Und wir können da auch die Regierung vor uns her treiben, weil es eine klare Position von Grünen gibt. Die Position der SPD, aber auch die interne Kritik an TTIP von einigen SPD-Abgeordneten kennt ihr. Direkte Abstimmungen noch mal richtig einen raushauen. Ich denke, das macht Sinn, das nächste Woche im Plenum zu bespielen. So, das wäre es. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie man das... Das könnte ich dir sagen, schon jetzt unten rechts auf dieses... Ja, das, und dann kann man das... Was ist denn jetzt nun, Gabriel? Das ist immer noch dafür. Noch mal den Anfang, bitte. Ja. Der Frank meldet sich. Ich habe nur eine Frage, wie ihr das versteht. Den zweiten Satz, da geht es mit rum. Da verstehe ich das so, dass durch die Veröffentlichung der immense Vertrauensverlust entstanden ist. So lese ich das die ganze Zeit. Vielleicht ist das aber auch jetzt dann so ein Tunnelblick. Ich finde halt von den... Es geht um die Inhalte. Die machen den Vertrauensverlust wert und nicht die Veröffentlichung. Nixus Toso. Frank hat völlig recht. Das ist Missversch... Achso, Nixus. Entschuldigung. Ich habe gestern mit dem Tom, der im Wesentlichen diesen Antrag geschrieben hat, auch über diesen Kritikpunkt gesprochen. Also man kann natürlich da sowas hineininterpretieren und ich verstehe den Einwand, weil es natürlich aus unserer Sicht gut ist, wenn irgendetwas veröffentlicht wird, grundsätzlich. Aber trotzdem, das wird zu keiner Kritik in diese Richtung führen und es ist auch irgendwie ein Verdrehen des Inhaltes. Natürlich ergibt es nur Sinn, wenn man es zusammenliest und nicht sagt, allein die Veröffentlichung, sondern nur die Veröffentlichung dieser Inhalte und damit sind die Inhalte da drin. Also man kann das semantisch auseinandernehmen. Ich glaube, das ist aber nicht notwendig hier in diesem Antrag. Ich würde es so stehen lassen. Wenn ich auch einräume, man kann da so etwas hineininterpretieren. Ich würde das aber nicht empfehlen, diesen Antrag noch mal zu ändern. Toso, dann ich, dann der Mario. Ne, das muss hundertprozentig eindeutig formuliert werden, sonst grätschen die uns mit Scheiß dazwischen und wir diskutieren über Scheiß. Das passiert jedes Mal. Lasst uns das an dieser wichtigen Stelle bitte ganz, ganz eindeutig formulieren. Und das dürfte relativ einfach sein, indem man den Satz ein bisschen auftrennt. Das ist jetzt hier nicht die neue Erfindung des Rades oder des Feuers. Ich glaube, das ist rhetorisch-textlich eine Arbeit von zehn Minuten. Bitte investiert diese Arbeit. Das ist extrem wichtig. Jetzt ich. Ich finde, man kann den Satz so stehen lassen. Man muss ihn nicht bearbeiten, nicht zu 100 Prozent, lieber Toso. Denn tatsächlich ist es ja so, dass viele Leute durchaus noch den Aussagen von führenden Politikern dieses Landes vertraut haben und haben gesagt, das wird schon erst nicht so schlimm sein. Und wer sich das jetzt anguckt, der sieht, das ist eben doch so schlimm. Das heißt eben, tatsächlich durch diese Veröffentlichung gibt es einen Vertrauensverlust. Nicht bei uns. Wir waren vorher schon auf der Seite der... Genau, da haben wir immer recht. Schreibt einfach, wir haben immer recht, dieser doofe Penner. Also jeder Satz, der so eine Erklärung gesagt hat. Wie kann das formulieren? Ja. Dann schreibt ihn um. Wer macht es? Nein, dann möchte ich einfach nur wissen, wer macht es. Weil jetzt zu sagen, jemand muss, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Egal. Erst Mario, dann Frank, bitte. Ich möchte festhalten, dass ich das zweite Mal in Folge mit Toso übereinstimme in einer Funktionssitzung. Brothers in Arms. Ich würde mir auch die zehn Minuten Zeit nehmen, diesen einen Satz weniger missverständlich zu formulieren. Weil er in der Sache ist ja klar, uns hier, die wir im Thema stecken, gar keine Frage. Und ich möchte Moni vorwegnehmen, wenn man es so lange erklären muss, eine Kausalität, dann hakt da was. Das kann man besser. Das ist auch nicht schlimm, das tut nicht weh. Der ist ja trotzdem gut. Frank, dann Grumpy. Ja, ich gucke auch gerne genau, was Mario schreibt. Ich gucke auch gerne, was Mario schreibt und mache das mit ihm zusammen, wie auch immer. Mir ging es ja nur darum, wie das gemeint ist. Das ist ja völlig klar. Da liegen wir überhaupt nicht auseinander. Es geht einfach nur, wie man das verstehen kann, wie andere es verstehen können. Und deswegen machen wir das. Gut, ich mache jetzt das mit dem Diktator und schiebe jetzt diesen Punkt nach hinten. Na gut, der Grumpy will was sagen. Bitte schön. Vielen Dank. Ich mache dann jetzt nicht den Diktator, sondern mache von meinem Recht als PG Gebrauch und entsende hiermit um 11.16 Uhr Herrn Mario Tanz zum Referat Europa, namentlich Tom Odebrecht, um diesen Satz jetzt entsprechend umzuformulieren. Vielen Dank. Ja, egal. Alles klar. Lass uns den nach hinten schieben und lass uns den Satz umstellen. Komm. Alles wird gut. Eindeutige Anträge werden sogar noch besser. Dann kommen wir zum Berlin-Bonn-Gesetz. Berlin-Bonn-Gesetz im Interesse von Bund, Land und Region nachhaltig realisieren, die Bundesstadt Bonn als Regierungs- und UN-Standort stärken. Joachim, Berlin-Bonn-Gesetz. Berlin-Bonn-Gesetz? Ja, mir doch den Antrag. Ja, erzähl was dazu bitte. Danke. Dann Dietmar. Ja, das ist so ein täglich grüßtes Monotier-Antrag. Wir hatten 2012 diesen Antrag oder einen ähnlichen Antrag schon mal. Da habe ich zu geredet. War total spannend. Frau von Böselager hat dazu auch geredet. War auch total spannend. Und alle sagen, hey Bonn, Bonn rules. Ja, also bitte schön, alles beim Alten lassen. Nicht jetzt alles blind nach Berlin karren, denn darum geht es. Alle Ministerien, alle Außenstellen und, und, und. Und dann wird wieder von einigen Befürwortern angeführt, ja, die hohen Kosten, Reisekosten etc. pp. Als Quatsch. Also es geht natürlich um regionalen Standort Nordrhein-Westfalen. Es geht um regionale Politik des Landes Nordrhein-Westfalen. Und um eine Aufrechterhaltung starker Positionen auch bundes- oder europapolitisch innerhalb Nordrhein-Westfalens. Und das ist im Bonn-Berlin-Gesetz nun mal festgeschrieben. Und das soll schon von unterschiedlichen Ministerien und Ministern in Berlin schon seit, ja, ja, am Tag, seit es Berlin gibt und seit Berlin Regierungssitz ist, soll das aufgeweicht werden. Punkt. Ich sage nur, das ist so ein Antrag wie, ein Antrag sind gegen Nazis. Ja, also nur natürlich auf einem ganz anderen Gebiet und viel besser und viel toller. Und so ein Konsensantrag. Deswegen stehen ja auch alle drauf. Die CDU geht nicht drauf. Dann weiß ich natürlich, aus welcher Ecke gerade geschossen wird aus Berlin, das nämlich aufzuweichen. Das ist total super. Ich habe die Rede von Frau Böselager da eigentlich noch so ein bisschen im Hinterkopf. Dann gibt es richtig Kasala. Leute, ey, ich glaube, geht los. Bonn, die CDU will nicht drauf. Finde ich gut. Also ich finde den Antrag toll. Ich finde auch toll, dass wir da mit drauf sind. Jetzt ist er nicht mehr langweilig. Wie? Nee. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ich fand den Antrag damals schon klasse und ich finde ihn heute noch gut. Ja, Joachim, dein Wunsch wird sich nicht so ganz erfüllen. Wir haben vier Redner auf der Rednerliste. Zuerst Moni. Ja, also ich kann mich an die letzte Debatte dazu erinnern, die wir im Plenum hatten. Und da war unsere Aussage nicht so eindeutig, wie das jetzt hier verkauft wird. Da war es ja durchaus kritisch. Ich kann gar nicht mehr sagen, wer dazu geredet hat beim letzten Mal. Das warst nicht du. Ich weiß es aber nicht. Aber da ging es letztendlich, war der Tenor schon auch sozusagen, dass man das verfolgen müsste. Und gegebenenfalls das mit Berlin ja so dramatisch auch nicht werde. Also ich bin jetzt etwas überstaunt, wo alle sagen, hey, hey, hey. Weil das war nicht so der Tenor, als wir zum letzten Mal im Plenum darüber gesprochen haben. Insofern bin ich jetzt überrascht. Ja, beim letzten Mal haben wir tatsächlich ja noch mal Dietmar, Michelle, mehrere, die das interessiert hat. Olli war da auch noch mit dem Boot. Ja, einfach auch mal uns angeschaut, wie die Kostenstrukturen da aussehen mit der Hin- und Herfahrerei und so weiter. Allerdings muss man bitte allen politisch handelnden Menschen und auch den Verwaltungsspitzen inzwischen mal ins Büchlein schreiben. Nee, gar nicht wahr, eben nicht ins Büchlein schreiben, sondern vielleicht per E-Mail schicken. Dass es vielleicht total sinnvoll wäre, einfach mal aktuelle IT-Dinge zu nutzen, dann müssen vielleicht auch gar nicht ständig hunderte Leute durch die Weltgeschichte hetzen. Und dass jetzt ausgerechnet die CDU mit ihrem CDU-Bürgermeister, dem Neuen in Bonn, wenn ich mich recht entsinne, jetzt sagen, ach, ist uns egal, wenn so eine Bundesbehörde, wenn diese Bundesbehörden hier nach Dingens migrieren. Finde ich ganz spannend. Also da bin ich auf die Diskussion, bin ich tatsächlich sehr gespannt. Das Einzige, was natürlich gegen diese Argumentation spricht, vor allen Dingen aktuelle IT zu nutzen, ist, vielleicht kriegt diese verkackte Landesregierung das mal endlich hin, dass wir auch überall vernünftig schnelle IT-Anbindungen in diesem Land haben. Glasfaser, wäre total toll. Dann muss auch nicht ständig jemand in Kackflugzeug nach Berlin steigen. Danke. Dann können wir alle in Bonn bleiben. Alles schön. Frank. Äh, nee. Frank doch nicht mehr. Dann Grumpy. Kurz die Anmerkung an Monis Beitrag. Ich sehe es jetzt ehrlich gesagt nicht so als Verkaufen. Ja, es war ein Beobachten. Ich will hier euch nichts verkaufen, aber wir wollen uns untereinander nichts andrehen. Die Entwicklung, wie Toso sie gerade dargestellt hat, auch diesen Spin zu nehmen, auch wie Diebner es gerade dargestellt hat, wenn auf einmal gerade der CDU, was mich komplett irritiert, aus der Bundesebene heraus, eventuell hier, dann sogar bis in den Landtag hinein, das so ein bisschen mitsteuert. Ich kann ehrlich gesagt dann unsere Landes-CDU da nicht mehr verstehen. Bonn ist nicht der ländliche Raum. Aber er soll es anscheinend werden. Das war genau das, was ich damit sagen wollte. Also ich persönlich würde für ein Ja stimmen. Ich kann aber nur von mir sprechen, damit drauf zu gehen. Also ich mache dann auch noch mal ganz kurz. Er findet ja eine Anweisung, weil er sich sowieso noch ein Brötchen holen wollte. Okay. Hier, haut jetzt rein. Sein Becher ist voll, meiner ist... Gut. Ach ja, oh, die Zeit läuft ja auch weiter. Und das ist meine Redezeit, die läuft. Oh Gott. Ja, was ich wichtig finde, ist, dass in dem Antrag vor allen Dingen noch mal ganz stark auch auf diesen UN-Standort gesetzt wird. Das war meiner Erinnerung nach beim letzten Mal nicht so klar. Da war es eher, da ging es ja um die Hendricks. Die wollte ja irgendwie ihr Ministerium umziehen. Frau Hendricks. Das ist übrigens meine Büronachbarin in Wezer. Die hat da ihr Wahlkreisbüro. Die wollte umziehen mit ihrem Ministerium und da gab es eine große Diskussion. Und da in dem alten Antrag hieß es, nee, 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 so geht das nicht hier. Bonn-Berlin-Gesetz, alle bleiben hier. In dem Antrag jetzt ist es sehr, sehr, sehr klar auch ein Fokus gelegt auf diesen UN-Standort und dass das ausgebaut werden soll. Und von daher ist dieser Antrag wesentlich besser als der letzte. Der zwar auch sagt, Bonn-Berlin-Gesetz, und wir müssen dahinter stehen, der aber sowohl eine Hintertür offen lässt, indem er sagt, man soll die Verhandlungen führen, zwar hart, aber man soll Verhandlungen führen und der dann eben auch auf den Punkt mit dem UN-Standort kommt. Und das hatten wir beim letzten Mal in der Form nicht. Grumplinger, bitteschön. Deswegen, genau, jetzt wurde das gerade noch mal erwähnt mit dem UN-Standort. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass es ja einen neuen EU-Kommissionsstandort gibt, nämlich auch in der Stadt Bonn. Bonn ist bekanntlich näher an Brüssel als Berlin. Man muss nicht alles mit dem Flieger machen, man kann das auch locker mit dem Zug. Genau, wir müssen da keine Spezialautobahn bauen. Vor allen Dingen, also die Aufwertung Bonns hat ja bereits in Teilen schon stattgefunden und das dann jetzt dadurch zu kippen, wäre, glaube ich, auch wirklich nicht so schlau. Okay. Weitere Wortmeldungen habe ich im Moment nicht. Das bleibt auch so. So, dann stimmen wir darüber ab, ob wir diesen Antrag einbringen. Wer gegen den Antrag ist, gegen die Einbringung des Antrags, der mögen sich jetzt melden. Gibt es jemanden, der sich enthalten möchte? Das ist nicht der Fall. Jetzt zähle ich noch mal fix durch. Wir sind zehn Leute, das reicht noch. Damit sind wir noch beschlussfähig und haben einstimmig abgestimmt, dass dieser Top drankommt. Bestussfähig, genau. So, dann setze ich jetzt die Timer zurück. Wir gehen zu Top 8 und kommen gleich noch mal zurück für den Antrag TTIP-Leaks. Gut, dann machen wir das so. Das ist ein guter Vorschlag. Ich sehe 11.26 Uhr. Wir machen bis 11.40 Uhr eine Pause. Dann können die Raucher einen rauchen und bis dahin ist vielleicht auch der eine Satz schon umgestellt und dann müssen wir nicht im Top springen. Perfekt. 20 vor sehen wir uns wieder hier. Kurze Pause. Bis gleich. Gut, ich habe gehört, es gibt eine neue Version des TTIP-Leaks-Antrags. Ja, ich habe ihn gerade hochgegangen. Der Satz lautet jetzt, ich lese ihn mal vor, Am 2. Mai wurde nach knapp dreijährigen Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und der US-amerikanischen Regierung der aktuelle Stand des Handels- und Investitionsabkommens TTIP gelegt. Das schon zuvor höchst umstrittene Abkommen, der institutionelle Rahmen der Verhandlungen sowie die Verhandlungsführung haben durch die veröffentlichten Inhalte einen immensen öffentlichen Vertrauensverlust erfahren. Wir waren uns sehr schnell einig, dass wir es nur ganz kurz machen wollen, um es noch verschiedener zu machen. Das ist, waren wir innerhalb, wirklich unterhalb der zehn Minuten der Meinung, dass das den Kern trifft. Fertig. Gut. Dann stimmen wir in dieser Version Ja, dann stimmen wir in dieser Version darüber ab. Wer dagegen ist, dass wir den Antrag einbringen, möge sich jetzt melden. Gibt es jemanden, der Sie enthalten möchte? Direkte Abstimmung. Das ist nicht der Fall. Wie gehen wir damit um? Direkte Abstimmung, Block 1. Block 2 wäre geil, wenn das geht. Aber wäre schon geil, weil da kann man ein bisschen ausholen, was grundsätzlicher wäre. Okay. Also der Wunsch ist Block 2. Und ja, dann schauen wir mal. So, haben wir das jetzt auch überall? Ich will mal eben gucken. Berlin-Bonn-Gesetz. Alles klar, weil gemeinsam und so weiter. Gut, Berlin-Bonn-Gesetz wird später gesagt. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Top 8. Da gibt es einen Beschlussvorschlag zur Auftragsvergabe Rückkanal, Vorlage B24 2016. Da habe ich gestern in der Vorstandssitzung schon ein paar Sachen zu gesagt. Ich wiederhole das jetzt nochmal und führe das nochmal ein bisschen aus, weil gestern ja auch entsprechende Anmerkungen dazu kamen. Ausgangspunkt war, was passiert eigentlich mit dem Car-Office an Dienstagen, wo wir das einfach nicht besetzen können, weil ja laut unserer Satzung das hier eine Pflichtveranstaltung ist und Leute deswegen nicht am Car-Office teilnehmen können. Also Ursprungsidee war, wie können wir es sicherstellen, dass MDL auch am Car-Office vor Ort sein können und trotzdem entsprechend hier mitmachen können, Wortbeiträge bringen können und so weiter. Wir haben uns jemanden gesucht, der uns da technische Grundlagen für legen könnte, der uns das auch technisch umsetzen könnte. Ganz kurz, Olaf, wenn man dein Husten nicht im Stream hören soll, dann müsstest du einmal dein Mikro ausmachen. Sonst weiß ich nicht, ob man das hört oder nicht. Gute Besserung. Gute Besserung, genau. Also, das war die Ausgangslage. Wir haben uns jemanden gesucht, der uns gesagt hat, wie man es technisch lösen könnte. Was das Ganze kostet und sind dann über die Diskussion mit ihm auch auf die Idee gekommen, was ist eigentlich mit der öffentlichen Teilnahme. Das heißt, was passiert, wenn Leute am Car-Office mitreden wollen. Einfach ein Mumble aufmachen und die ein Mikro reden lassen, sodass sie dann hier laut zu hören sind. Mitten in der Diskussion wird irgendwie schwierig. Das heißt, man braucht eine Art Moderation. Was passiert eigentlich, wenn wir hier unsere Kernarbeitskreise haben und wir wollen, dass jemand von außen daran teilnimmt. Was passiert, wenn wir eine Vorstandssitzung haben und Vorstandsmitglieder sagen, ich bin aber gerade irgendwie im Urlaub, ich würde trotzdem mitmachen. Für die Zeit kann ich mich irgendwie einklinken. Also, wie könnte man sowas regeln? Und haben das dann sogar ausgeweitet auf, was passiert, wenn wir eine Veranstaltung haben, die, also wenn wir zeitgleich zwei Veranstaltungen haben und wir wollen die irgendwie auch zusammenschließen. Beispiel wäre, wie könnte man am KVT teilnehmen, obwohl man nicht beim KVT selber ist. Die Bedingung war, dass das Ding am Ende so einfach sein muss wie möglich. Das muss ein Köfferchen sein, das man aufmacht, einschaltet und man muss nichts mehr einstellen, weil das soll für jeden benutzbar sein und das soll schnell einsatzfähig sein. Also, jetzt irgendwie ein Laptop mit Mumble und da muss man irgendwelche Dinge einstellen und irgendeine Verwaltungssoftware noch starten oder sowas, geht halt nicht. Weil dann wäre es nicht praktikabel. Vor allen Dingen nicht, wenn man das Ding mitnimmt und irgendwo im Aussatz ist. Ja, und da gibt es jetzt einen Vorschlag zu, dass es also zwei Geräte gibt und eine, ich nenne es mal, Moderationssoftware, wo ein Versammlungsleiter jemanden, der von außen an einer Versammlung teilnehmen möchte, den da zuschalten kann. Da gibt es ein Mischpult bei, da kann man dann Leute also an- und ausschalten und kann ihnen das Wort erteilen, so als wäre die Person im Raum. Das ist im Moment ja, das soweit, wie wir gekommen sind. Gestern wurde angemerkt, es bräuchte ein paar Verwendungsszenarien. Man müsste, also das Ding ist halt relativ teuer, so teuer, dass der Vorstand es nicht alleine beschließen kann, sondern, dass wir da über die Beschlussvorlage reden, 14.000 irgendwas Euro, inklusive der Hardware und der Software. Man bräuchte so Verwendungsszenarien, so ein paar habe ich jetzt mal aufgezeigt. Jetzt ist da gestern im Laufe des Tages auch häufiger darüber geredet worden, weil ich wohl gestern nur gesagt habe, das K-Office soll hier an der Fraktionssitzung teilnehmen und die Kritik gestern war, am K-Office interessiert sich keiner so wirklich dafür mitzureden. Tut mir leid, liebe Leute am K-Office, aber das war gestern die Aussage. Es interessiert sich keiner so wirklich dafür, hier aktiv mitzureden. Ich hoffe, dass ich jetzt alles, was ich auch mit der entsprechenden Person besprochen habe, hier auch nochmal gesagt habe, was so Verwendungsszenarien angeht. Also es geht immer darum, dass es eine Versammlung auf der einen Seite gibt und eine Gruppe oder einzelne Menschen auf der anderen Seite und die sollen jetzt irgendwie miteinander kommunizieren können und zwar so, als wäre es eine Versammlung mit einem Moderator. Und das ist das Ziel des Ganzen gewesen und dafür haben wir jetzt ein Angebot vorliegen und das war das mit dem Rückkanal, Mumble-Beteiligung an Kernarbeitskreisen und so weiter. Das Ganze läuft technisch, um das noch kurz gesagt zu haben, über Mumble, mit Verwendung einer Schnittstelle, die wieder auf Mumble zugreift und entsprechende Rechte verteilt. Ja, das war es soweit von mir. Moni. Also einen Teil der Frage hast du beantwortet, wenn du sagst, das gilt dann auch halt fürs Mumble bei Kernarbeitskreisen. Jetzt frage ich nochmal nach, ob ich das richtig verstanden habe. Das Köfferchen braucht dann der, der hier im Kernarbeitskreis sitzt oder muss ich dann am Freitag das Köfferchen mitnehmen, um Montags zu mambeln? Sind das dann nur zwei Leute, die das gegebenenfalls machen können, weil man zwei Köfferchen hat? Oder sind das zwei Veranstaltungen, wo das Köfferchen ist, wo aber dann von außen, sage ich mal, von mir aus auch zehn Leute dazukommen können? Also es gibt zwei Verwendungsszenarien. Das eine ist, du hast hier eine Versammlung und ein Köfferchen beim Jaroslav stehen und eine Verwaltungssoftware hier und ich kann dann Leute freischalten, die können dann mitreden von außen. Da steht dann ein Köfferchen am K-Office, da ist dann ein entsprechendes Mikrofon. Eins hier. Eins hier, eins am K-Office. Das ist die eine Verwendungsmöglichkeit. Die andere ist, ein Köfferchen steht hier mit der entsprechenden gleichen Software und so weiter und Leute können über Mumble teilnehmen, können sich also ganz normal in einen Mumble-Kanal reinsetzen und können dann hier teilnehmen. Müssen also nicht alle zentral an einem Ort sein. Dieser zweite Koffer ist wirklich dafür da, wenn du eine zweite Gruppe hast, wo du einfach das Ding auf den Tisch stellst und sagst, so, ist an. Toso Frank. Wir würden die Soft- und Hardware-Lösung dann quasi pro Aktion mieten. Das Geld, worüber du geredet hast, ist eine einmalige Investition. Die Software-Lösung, die genannt worden ist, bleibt dann wahrscheinlich in, also wir kaufen es zwar, aber wir lizenzieren sie im Endeffekt, also bleibt closed source oder wird dann open source. Das ist für mich extrem wichtig. Also wenn wir das quasi dadurch befreien, go. Die gibt es doch gar nicht, die wird extra programmiert. Die wird extra für uns geschrieben und dann halt nach unseren normalen Richtlinien, dass sie danach open source ist, super. Ja, ich muss sagen, ich bin zum jetzigen Zeitpunkt dagegen. Mir ist nach den Unterlagen die technische Umsetzung nicht überzeugend dargelegt. Zum Beispiel das Thema Rückkanal, Rückkopplungsarm. Wir haben über das Szenario gestern gesprochen, was auch wahrscheinlich sehr selten ist. Am K-Office hat man halt laute Beschallung in der Fraktionssitzung und dann schaltet sich jemand, der davor steht, mit dem Mikro ein. Der hat Kopfhörer auf und was passiert mit dem Sound, den er dann halt rückgekoppelt über das Netz bekommt. Ist ein technisches, kleines Detail. Moni hat eben einen Punkt auch aufgebracht. Eigentlich ist das eine Zweikofferlösung. Ich habe mir das auch angeguckt mit Mikrofon, Mikrofonverstärker, Mischpult und so weiter, professionell, damit eine gute Tonqualität rüberkommt. Wunderbar. Funktioniert natürlich nicht bei einer Mammel-Teilnahme von zu Hause aus, weil da hast du halt wie bisher auch dein, also beim Arbeitskreis zum Beispiel, hast du halt wie bisher dein PC-Mikro und eine Technik hier stehen. Wir haben schon Fraktionssitzungen, Quatsch, wir haben Vorstandssitzungen gemacht mit Fernzuschaltung. Einfach mit dem PC ging wunderbar. Es gibt Periscope, es gibt alle möglichen anderen Dinge. Ich hätte im Moment ein wirklich großes Problem, bei dem Budget zuzustimmen. Und die Szenarien sind, meine ich, noch nicht ausreichend definiert und beschrieben. Ich würde nur sagen, was die Szenarien betrifft, bisher machen wir das nicht, das ist richtig. Und bisher mag vielleicht auch die Beteiligung am K-Office noch, also was den Dialog mit der Fraktion betrifft, noch nicht so auf der Höhe der Zeit sind, wie wir uns das wünschen. Aber ich glaube, das muss man dann auch sozusagen strategisch optimieren. Das muss man dann eben sagen, dann muss man etwas koordinieren, was auch eventmäßig da reinpasst. Aber wenn wir das haben, dann brauchen wir auch eine Technik, die funktioniert. Also das, was ich erlebt habe bei Mumble mit den Laptops, das ist so, dass man da, ich sage mal, von der Technik her nicht allzu lange eine Diskussion führen kann, weil das einfach akustisch nicht funktioniert. Also wenn diese Sache akustisch optimal ist, wäre das die Voraussetzung, um solche Ereignisse auch zu inszenieren. Also es sollte nicht so sein, dass wir es einfach sagen, wir stellen es irgendwo hin und gucken mal, was passiert, sondern wir müssen es dann, wir müssen eventuell eben Formate entwickeln, die auch gezielt dafür eingesetzt werden. Insofern würde ich das, wenn man es macht, sollte man es schnell machen, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Und der Feind des Guten ist oft das Bessere. Also wenn das hier gut genug ist, ich habe mich davon überzeugen lassen, würde ich sagen, kann das eine ganz attraktive Geschichte sein, wenn man sich organisatorisch dahinter klemmt und entsprechende Formate entwickelt. Und einige Formate entstehen ja das Bedürfnis, hier in den Kernarbeitskreisen teilzunehmen. Das ist ja, also auch teilzunehmen von außen, das ist ja sozusagen etwas, was wir in der Vorlage drin stehen haben und bisher noch nicht realisiert haben. Kurz, falls sich Leute fragen, ja, wir haben das in den Vorstandssitzungen auf meinen Anraten hin auch schon durchgeführt. Ich muss aber dazu sagen, eine Hands-Free-Version, das heißt also eine freie Handversion, würde ich da deutlich bevorzugen. Ich habe entsprechende Tests auch selber mal gemacht, technisch und habe mich bis dato dagegen ausgesprochen. Ich habe auch keine entsprechende Softwarelösung bisher gefunden. Dieser Koffer bietet mir oder dieses Set bietet mir dann die Möglichkeit, selbst wenn ich von außerhalb, weil es sich ja um eine Mumble-Software handelt, kann ich ja dann trotzdem über einen klassischen Mumble-Client da mitmachen. Auf jeden Fall gäbe es dann die Möglichkeit von Seiten des Vorstands oder in so einer Sitzung, dass ich dann halt nicht die ganze Zeit mit dem Finger auf der Taste rumlungern müsste. Ich habe noch eine Ergänzung, weil ich gerade, falls es konkrete Fragen gegeben hätte, nochmal das Angebot aufgemacht habe. So wie es jetzt in der Beschlussvorlage steht, ist die Lösung auf drei Koffer ausgelegt. Man könnte also noch einen Koffer einsparen. Das heißt, es könnte noch günstiger werden, wenn es eine Zweikoffer-Variante gäbe. Wir hatten, ich weiß es aber nicht mehr, ich müsste nochmal denjenigen ansprechen, ich habe ihm da eine Mail geschickt, ich finde sie jetzt auf die Schnelle nicht. Es gab einen Grund, warum es drei Koffer sein mussten. Es gab ein Verwendungsszenario für drei Koffer. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich kann es euch nicht sagen. Also zur Notwehrzeit einfach um einen Koffer noch günstiger. Teurer wird es nicht. Ich möchte jetzt nicht die Summe nennen. Nein, finde ich gar nicht. Zwei Dinge. Ich glaube, für viele ist das jetzt eine Diskussion im luftleeren Raum, weil wir über ein Produkt diskutieren, was viele hier gar nicht gesehen haben. Vielleicht wäre irgendwann mal eine Vorführung total toll. Das gibt es ja noch nicht. Vielleicht eine Vorführung, wie es werden soll. Und zum Zweiten, wir diskutieren gerade auf Twitter, wo die Koffer dann auch schon mal stehen bleiben können. Wenn die so wertvoll sind, würden wir sie danach gerne einsammeln. Die Koffer selber sind nicht so wertvoll. Ach Mist. Ich werde das weitergeben. Genau, geht mal weiter. Die Koffer selber sind gar nicht so wertvoll. Ja, kann ich gerne machen. Wenn das Projekt angestoßen wird, können wir denjenigen dann auch hier hinholen. Der kann dann auch kurz meine Vorführung, selbst wenn es das Produkt noch nicht gibt, machen, wie es aussehen soll, wie es funktionieren soll. Bitte schön. Abgesehen, also erst anstoßen und dann vorführen, finde ich komisch. Das fiel mir jetzt gerade in diesem Moment an. Ich weiß nicht, vielleicht, ich oute mich jetzt mal als Pessimist. Für das Geld können wir jenen, der mitmachen möchte, mit dem Taxi hier einfahren lassen. Nach einem Wiedereinzug kann das eine gute Idee sein. Zurzeit ist die Resonanz schlicht und einfach nicht da. Ich meine, du warst jetzt in Recklinghausen, du warst an den Ständen, das waren wirklich groß, also nee, den wollte ich nicht mehr benutzen. Also es waren Tage mit sehr viel Inhalt und ich habe mir die normalen Car-Office-Termine angeschaut. Bei aller Liebe, das ist zu viel Geld für das bisschen Output, das wir dazu haben. Das ist eine nette, technische Spielerei, wie wir von Piraten gewohnt sind. Aber damit wuppen wir nicht einen Wähler vom Sofa in ein Auto oder an ein Auto, um dann hier, wir haben jetzt 11.59 Uhr, zwei Stunden die Fraktionssitzung zu verfolgen und gegebenenfalls einmal eine Frage zu stellen zu einem Thema, das vorher nicht bekannt ist. Wir machen ja nachher noch was zu Open Antrag. Kinder, die Beteiligung ist einfach nicht mehr so groß. Wir sind nicht mehr im Hype. Da stehen nicht tausende Schlange. Ich finde die grundsätzliche Idee wirklich nicht dumm. Und wenn wir sollten, wir einen Wiedereinzug schaffen, ist das etwas auf fünf Jahre ausgelegt, auch im Preis-Leistungs-Verhältnis aus meiner Sicht in Ordnung. Schade, dass ihr das nicht früher gemacht habt. Das wäre sicherlich eine ganz, ganz tolle Idee. Also die Idee ist immer noch brillant. Aber für das Geld, Kinder, wir müssen doch nicht auf Gewalt was wegtun. Ja, ich möchte mich ein bisschen auch Mario anschließen. Ich war jetzt auch einige Male beim K-Office dabei. Die Resonanz ist tatsächlich nicht so hoch derzeit. Ich hoffe, dass das bei schönem Wetter besser wird. Das ist überhaupt keine Frage. Dann kommt aber die Problematik aus meiner Sicht dazu. Wenn ein Abgeordneter vor Ort ist, ist das an sich wünschenswert. Der ist aber nicht mehr wirklich vor Ort, wenn er dann die ganze Zeit über der Sitzung folgt. Das heißt, irgendwo sich hinsetzt, wir hatten darüber gestern schon gesprochen, der Vorstandssitzung vorzugsweise in dem separaten Auto, wo ein bequemer Sitzenden ist, der ist aber dann nicht sichtbar und nimmt von irgendwo her an der Fraktionssitzung teil. Also um es dafür zu realisieren, erschließt es sich für mich nicht. Dann ist der Abgeordneter nämlich nicht mehr vor Ort, sondern sitzt im Auto und nimmt an der Fraktionssitzung teil mit einer eher aufwendigen Technik. Ich räume ein, also für die Teilnahme an den Kernarbeitskreisen haben wir nur festgestellt, es geht nicht mal ebenso mit irgendeinem Rechner, wo Mammel draufläuft, aber vermutlich ließe sich damit ein bisschen mehr Aufwand oder Engagement eine einfachere, deutlich günstigere Lösung schaffen. Davon gehe ich zumindest aus, dass das drin ist. Wir haben das bisher nur nicht so intensiv weiterverfolgt, außer gesagt, so einfach ist es nicht nur mit Mammel, auf welchem Rechner und wer hat es und wer hat ja die Mikros platziert und diese Fragen sind alle nicht beantwortet worden. Also ich finde, dass wenn man Formate entwickelt, wie Hartmut das vorgeschlagen hat, finde ich, kann man daraus was machen, aber es fehlt bisher so ein bisschen an den Formaten aus meiner Sicht und da hätte ich auch Bedenken, die doch relativ hohe Summe auszugeben, weil ich glaube, man kann andere Dinge dafür tun, aber es ist eure Entscheidung und vielleicht würde es helfen, nochmal sich mit den technischen Details auseinanderzusetzen und es vielleicht in einer Version vorzuführen, die simuliert, was dann an Software da drauf laufen soll. Ich weiß nicht, ob das machbar ist, aber das wäre vielleicht hilfreich. Ich nehme mich nochmal selber dran und möchte nochmal eine Lanze brechen für so eine Lösung und für so ein Budget. Es geht ja nicht nur ums K-Office, es geht nicht nur darum, dass ein MDL irgendwo vor Ort ist, wobei ich mir auch da was vorstellen kann, wie zum Beispiel MDL fährt nach Bielefeld, stellt dann seinen Antrag hier vor, indem er bei Top 8 teilnimmt an einer Sitzung und dann einfach wieder ganz in Anführungszeichen normal am K-Office ist. Es geht auch um die Leute, die bei anderen Veranstaltungen sind, beispielsweise jetzt Republika, da könnte ein Lukas jetzt stinknormal an der Fraktionssitzung mitmachen. Da gehört natürlich auch eine Satzungsänderung zu, die ja auch schon etwas länger auf Halde liegt, dass man eben von außen auch teilnehmen kann an den Fraktionssitzungen. Da könnte in so einer Situation wie heute, wo es ganz knapp war, mit der Beschlussfähigkeit könnte es eben dazu beitragen, dass zwei, drei Leute mehr teilnehmen und man eben doch beschlussfähig ist, dass man auch mehr Stimmen hat und dass man auch mehr Kritik hat. Es kann dazu beitragen, dass wir mehr Leute, also dass wir nicht immer nur in Essen zum Beispiel diese kommunalen Verletzungstreffen machen müssen, sondern dass eben auch die Möglichkeit besteht, dass man da von außen teilnimmt und so weiter. Wir machen viele Dinge Dinge aus Idealismus und aus Enthusiasmus, die man eigentlich nicht machen müsste und trotzdem machen wir sie, weil wir einfach sagen, so stellen wir uns das vor, dass das gelebt wird. Ob das nun rausgehen mit einem Auto ist oder ob wir jetzt ein Umfragetool machen oder, 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 oder. Wir machen viele Dinge, wo man sagen könnte, das geht auch alles günstiger und trotzdem machen wir sie, weil wir einfach sagen, wir wollen das Optimum rausholen sozusagen und das sehe ich in dem Fall auch so. Natürlich ist das spät, natürlich ist das eine teure Lösung und keine einfache Mumble-Lösung, die man vielleicht auch hinkriegen könnte. Ich danke dir, aber nein. Da braucht man was anderes. Ich müsste mein Handy laden, Britta. Lass, lass, lass. Danke. Also, um das nochmal gesagt zu haben, wir kommen langsam auch in einen Zeitrahmen rein, wo wir uns gewisse Dinge, wo wir die dann auch einfach machen müssen, wo wir nicht mehr die Zeit haben, uns eine noch bessere oder noch günstigere oder was auch immer Lösung noch zu suchen. Natürlich ginge es auch, wie Grumpy das vorhin gesagt hat, so wie wir hier Vorstandssitzungen schon gemacht haben, mit einem Mumble-Client auf und einem Finger irgendwie die ganze Zeit auf eine Taste gehalten, damit die anderen einen hören und dann werden da irgendwie Leute, kriegen dann Rederecht oder keine Ahnung was. Aber das ist alles viel, viel komplizierter und die Vorgabe für diese Boxen war, das soll so einfach sein, dass das jeder von uns bedienen kann, wenn er das Ding aufmacht bei irgendeiner Veranstaltung und sagt, hier will ich, dass Leute von außen mitmachen dürfen. Und mit dieser Vorgabe wird es schwierig, eine günstigere Lösung zu finden. Wahrscheinlich wird es eine geben. Es wird schwierig, eine einfachere Lösung zu finden. Vielleicht gibt es eine, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir dürfen uns dann nicht darin verlieren, dass wir danach immer weiter suchen, sondern irgendwann müssen wir es dann auch einfach umsetzen. Und das ist jetzt kein Ding, wo wir letzte Woche jemanden gefragt haben, sondern das köchelt ja jetzt auch schon hier wieder zwei, drei Monate durch die Gegend. Und irgendwann ist die Legislatur vorbei und dann machen wir es gar nicht mehr. Frank. Okay, zum Letzten. Ich weiß jetzt nicht, wo das köchelt. Auf jeden Fall weißt du auch, dass du es letzte Woche geschickt hast, das Papier. Aber gut. Genau. Ich rede überhaupt nicht gegen die Ideen, die du gerade beschrieben hast. Beteiligung auch vom KfW ist alles wunderbar, alles super gut, alles wichtig. Was Mario gesagt hat, klar, wäre alles schön gewesen, wenn es schon viel früher angefangen hätten. Ich würde vorschlagen, den Antrag heute nicht abzustimmen, die Szenarien nochmal genauer zu beschreiben und die technische Lösung, die vorgeschlagen wurde, auch nochmal auf diese Szenarien zu überprüfen. Wir haben gestern darüber kurz gesprochen und dabei festgestellt, dass eigentlich viel zu wenig konzeptionell bisher durchdacht ist und jetzt auf die Schnelle zu sagen, hey, das ist die super Lösung für Teilnahme extern bei Fraktionssitzungen, bei Kernarbeitskreisen und bei Vorstandssitzungen und so weiter, das ist nicht richtig, weil darauf ist diese Lösung nicht jeweils ausgerichtet, zumindest der Beschreibung nach. Und insofern würde ich einfach sagen, nicht jetzt negativ abstimmen oder sowas, sondern vertragen und die Szenarien nochmal beschreiben und nochmal testen. Also, tut mir leid, Frank, ich weiß nicht, ob ich das gerade falsch beschrieben habe. Die Ursprungsidee, man soll vom K-Office aus teilnehmen können an den Fraktionssitzungen, ist inzwischen ausgeweitet worden auf, es soll die Möglichkeit geben, eine Veranstaltung zu machen, einen Koffer hinzustellen, aufzumachen, dann kann man von außen über einen Mumble-Server mit der entsprechenden Internetanbindung dann eben teilnehmen. Das beschreibt all die Szenarien, die ich gerade gesagt habe. Ich verstehe jetzt nicht, warum du sagst, das wäre nicht beschrieben worden. Habe ich das nicht dargelegt? Also dann, hm. Also ich habe zum Beispiel die Lösung Lautsprecher hier im Fraktions, also hier, was die Fraktionsstelle, was die Fraktionsseite angeht, nicht gefunden. Also wie wir hier den Ton, der von außen kommt, halt außer über die Quäke des PCs, hier machen. Welches Mischpult? Wo sind die Lautsprecher? Wo ist der Verstärker dafür? Das ist in einem Konzept. Also noch mal, Mischpult habe ich vorhin gesagt, gibt es und Ausgang funktioniert genauso wie da. Dann kommt das hier über die Dinger raus. Ganz normal, als wenn da einer sitzen würde. So ist der Plan gewesen. Nein, das läuft automatisch. Das wird da reingesteckt und dann läuft das. Entschuldigung. Also die Technik daran interessiert mich ehrlich gesagt relativ wenig. Ich hoffe, dass selbst ich damit umgehen kann. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Der zweite Punkt ist, für mich ein viel wichtigerer. Wenn man für Plattformen Geld ausgibt, dann muss das auch einen kommunikativen Wert haben. Und aus meiner Sicht hat das Ding dann einen kommunikativen Wert, wenn wir alles daran tun, jetzt gerade für die wärmere Jahreszeit das Car-Office so attraktiv wie möglich zu gestalten. Ich bleibe jetzt nur mal beim Car-Office. Das heißt unter der Voraussetzung, dass die Satzung geändert wird und draußen tatsächlich ein Antrag formuliert wird, wo man dann auch die örtlichen Piraten, die im Augenblick immer mehr auf uns zukommen und sagen, mach doch mal was. Dann sind wir aber nur draußen mit der Fläche. Das ist ja schon mal schön. Aber das Ding ist kein Inhalt des Car-Office, sondern eine Projektionsfläche. Aber wenn die Projektionsfläche heißt, wir arbeiten an einem Antrag und der könnte mitarbeiten und der ist meinetwegen der Fraktionsvorsitzende und genau um diesen Antrag wird es dann gehen. Und der ist auch ein bisschen inhaltsreicher, als dass man nur sagt, wer ist der Sprecher und Block 1, Block 2. Dann kann ich mir das sehr gut vorstellen und würde das auch für sinnvoll halten, dass man dieses Kommunikationsszenario eben wirklich aufbaut. Aber da muss man sich das vornehmen und auch vorbereiten. Unter diesem Aspekt würde ich sagen, 30, 40, 50 Sitzungen dieser Art und das Ding ist wunderbar eingesetzt. Das kostet 17.000, das will man wissen, das steht ja in der Vorlage drin, das kostet 17.528,70, wobei ich also mit Michelle schon gesprochen habe, ob es nicht sinnvoll ist, mit demjenigen zu reden und da eine Mietvariante vielleicht rauszumachen. Aber das ist jetzt auch genau wie die Technik nur eine Variante, um das sozusagen auch offen für den gesamten Markt zu machen von Anfang an. Aber ich halte es mit Blick auf entsprechende Kommunikationsformate und mit Blick auf eine Satzungsänderung und mit Blick Verstärkung des K-Office für durchaus sinnvoll. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ja, es war aber der letzte Wortbeitrag, die 15 Minuten sind rum. Ich würde auch gerne noch was sagen, aber ich werde das auch nicht mehr tun. Dann stimmen wir jetzt ab. Wer also für den Beschlussverschlag B24 2016 ist, in der Form, der möge sich jetzt melden. Namen. Klar, öffentliche Teil, Namen aufschreiben. Wer ist dagegen? Wer möchte sich enthalten? Grumpy, du könntest die Hand runternehmen, dann kannst du besser tippen. Ich bin auch dagegen. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Wir sind zwei, vier. Dafür, enthalten oder dagegen? Dafür. Ja, dafür. Habe ich jetzt auch nicht gesehen. Nicht schlimm. Deshalb fragen wir ja nach. Du machst das schon. Was auch immer du da machst. Irgendwas kopierst du gerade. Ach so, ist wieder die Verbindung weg. Okay. Gut, aber ich, was ich gesehen habe, ist fünf dafür, zwei dagegen, Restenthaltungen. Dann machen wir das so. Und ich sage euch aber zu, dass wir dann eine Vorstellung des Ganzen, ich versuche das bis nächste Woche hinzukriegen, dass ihr auch nochmal seht, wie das technisch funktioniert und der Frank dann auch die Einzelheit noch, wenn das okay ist. Läuft es jetzt bei dir? Es springt. Natürlich. Sehr gerne. Also, Gampi, bei mir sieht es nicht aus wie bei dir. Ich mache einfach mal Hände hoch und sage Top 9 Sonstiges. Ich sehe da auf dem Bildschirm, dass du was editierst. Oh, jetzt aktualisiert es sich auch bei mir. Alles gut. Dann war ich nicht synchronisiert. Nur, dass du da nicht was eingibst und gleich sagt er wieder keine Verbindung. Gut, dann kommen wir jetzt zu Top 9 Sonstiges. Da haben wir das Thema Antragsmammel. Dann meldet sich der Grumpy, die Moni. Go. Okay. Ich hatte es ja schon vor mehreren Sitzungen halt angekündigt gehabt beziehungsweise halt auch explizit ausformuliert gehabt. Wenn wir es nicht schaffen sollten, zeitlich, wir haben uns selber die Freitagsfrist aufwendig gehabt mit den Anträgen für intern, was ich auch sehr gut finde. Ich hatte die Gelegenheit, halt am Wochenende mir die Anträge durchzulesen. In der Kürze der Zeit aufgrund von Veranstaltungssituationen, wie auch immer, und der tatsächlich über die Monate gewachsenen, stetigen, soll ich sagen, der gewachsenen Abnahme der Beteiligung seitens MDL und auch der Zuhörerschaft, weiß ich nicht, wie sinn- und zielführend es ist, die Freitagsantragsmammel einmal im Monat durchzuführen. Es fällt mir tatsächlich sehr schwer, da ich, ich habe es auch schon selber miteinander kombiniert, ich war bei den Düsseldorfer Stammtischen, die regelmäßig jeden Freitag hier stattfinden, und habe von dort aus halt auch das Mumble gemacht. Und ich bin der Ansicht, dass dies so gerade nicht mehr wirklich hilfreich ist. Mir selber fällt konkret keine bessere, wie soll ich sagen, Ausarbeitung und oder terminliche Positionierung des Freitagsantragsmammels ein. Ich selber möchte diesbezüglich morgen Abend auch mit der Basis ein Grumpy's Hour Mumble durchführen, angelehnt an das, was wir auch mal hatten, das 20-Piraten-Mumble, wo ja auch die Teilnahme entsprechend heruntergegangen war. Das gleiche Problem sehe ich jetzt halt beim Antragsmammel. Und wir alle haben tatsächlich sehr wenig Zeit und wir müssen zusehen, dass wir damit sehr ressourcenschonend umgehen. Und Freitagsabends ist schon richtig schwierig und ganz ehrlich, es tut mir leid, ich kann dich nur um Verzeihung bitten, dass ich Freitag in dem ganzen Hin und Her vergessen habe, rumzuschicken, dass ich das Freitagsmammel nicht durchführen werde. Ich habe im Gegenzug dazu von den meisten Leuten im Übrigen auch nie, Betonung auf nie, Absagen freitags erhalten. Moment, von den meisten. Es gibt natürlich Leute, die sich immer und stets regulär abmelden, sei es zu Fraktionssitzungen oder sonstigen Veranstaltungen. Von daher, ich wäre ganz einfach nur für sachdienliche Hinweise dankbar, wie wir das machen können. Deswegen werde ich selber morgen Abend ein Mammel veranstalten und bis dahin würde ich nicht mehr weiter diesbezüglich zur Verfügung stehen, außer ihr zwingt mich. Vielen Dank. Ja, also erstmal bin ich jetzt überrascht, was ist denn das für ein Mammel morgen? Also für wen? Und was hat dann dieses Mammel mit dem Antragsfreitag zu tun? Also habe ich jetzt nicht verstanden. Ich kann für mich nur sagen, dass ich Freitag im Mammel war und das hat mir wirklich den letzten Rest gegeben mit vier Leuten. Ich habe meine komplette Abendplanung irgendwie umgeworfen und ich habe ja dann auch die Mail geschrieben, ich war richtig sauer und ich will auch gar nicht irgendwie, klar hat jeder was zu tun, klar haben wir alle Termine, ob die jetzt alle jeder Freitagabend unterwegs sind, da lasse ich mal dahingestellt. Es ist halt nur so, es sind immer die gleichen Leute da, die sich diesen Freitagabend die Stunde nehmen und ich sehe es einfach nicht mehr ein, klipp und klar. Also entweder klären wir vorher, es sind genug Leute da, dass es sich lohnt oder ich sage mal, wir lassen es ausfallen, aber dass immer die gleichen Leute da sitzen, sich irgendwie eine Geschichte erzählen und nach einer Dreiviertelstunde sagen, abstimmen können wir sowieso nichts, es war kein einziger da, der uns zugehört hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist komplett sinnlos und ich ärgere mich da schwarz drüber, dass ich Freitagabend irgendwelche Dinge absage und dann da sitze und das war ganz bestimmt das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, wenn wir keine Regelung finden dafür. Ja, ich wundere mich schon so ein bisschen, wir reden jetzt gerade, da haben wir eine Menge Geld für ein Beteiligungsformat ausgegeben und hier haben wir jetzt eigentlich ein Beteiligungsformat, was wir gerade dabei sind einzustellen. Also ich hatte angeregt, eben Szenarien zu entwickeln, aber egal, wir haben hier ein Szenario, warum das nicht funktioniert, überlege ich mir natürlich auch und stelle aber dann immer wieder fest, gucke immer bei mir selber, bei uns selber, ob wir denn genug getan haben und da sehe ich dann halt immer noch Möglichkeiten und sage, dass wir nicht genug getan haben. Wir haben nicht genug Werbung gemacht zum Beispiel. Wir haben durch unsere eigene Anwesenheit teilweise auch Leute vergrätzt, weil wir hatten einen guten Besuch mal und ich denke, das ist ein Format, was logischerweise an die Anträge und an die Plenarrunden gebunden ist, weil wir unsere Anträge halt da vorstellen. Insofern gibt es auch jetzt nicht großartige Alternativen, auch nicht großartige zeitliche Alternativen, dazu, sondern das ist unser Angebot, an die Interessierten in der Welt die Anträge, die wir zu einer nächsten Plenarsitzung reinbringen, zu erläutern, zu erklären. Die sind sechs Stunden vorher erst online verfügbar durch die Einreichungsfrist, die wir uns hier selber aufgelegt haben. Das heißt, das ist der erste Punkt, der erste Zeitpunkt, wo wir die vorstellen können, besprechen können, möglicherweise auch Kritik und Anregungen aufnehmen können. So war das ja mal gedacht. Das müssen wir, glaube ich, wieder offensiver und deutlicher nach außen klar machen, selber Werbung machen, selber Interessenten sammeln. Das funktioniert natürlich nur, wenn man dann auch selber dabei ist. Insofern, ich finde so eine Diskussion, wie jetzt gerade eben, die auch viel mit Stichelei zu tun hat, oder zumindest, mein Eindruck, nicht so zielführend, Sondern wir sollten uns hinter das Format stellen und können uns ja überlegen, dass zum Beispiel der Antragsteller, da so weit waren wir eigentlich schon mal, dass der Antragsteller auf jeden Fall da sein muss, um seinen Antrag vorzustellen. Und was aber jetzt auch nicht der Fall gewesen ist, teilweise. Man könnte ja zum Beispiel einführen, wenn der Antragsteller nicht im Freitagsmammel drin ist, dann wird sein Antrag automatisch nicht behandelt. So was. Auch nicht am Montag. Thema Sanktion. Auch nicht am Montag und auch nicht am Dienstag. Oder er kann für einen Vertreter sorgen. Er muss ja jetzt nicht, kann ja auch eine Verhinderung da sein, dann soll aber für einen Vertreter gesorgt werden. Auf jeden Fall, dass der Antrag von jemandem, der ihn vorstellen kann, auch vorgestellt wird. Andere Mammelrunden, was jetzt gerade hier gesagt wurde, jeder kann seine persönliche Mammelrunde irgendwann in der Woche noch mal machen. Das hat aber nichts mit dem Antragsmammel am Freitag zu tun, denke ich. Und ich will dafür, das halt zu belassen und stärker zu bewerben von unserer Seite aus. Danke. Seit wir Antragsmammel machen, ist in Gesprächen bei uns in der Diskussion, ob das der wichtige Termin ist, ob das gut ist, was wir machen, ob die Beteiligung gut ist. Die Beteiligung war von Anfang an schlecht. Das heißt, die externe Beteiligung, wohl bemerkt. Also nöde, die war einfach schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir mit 12, 13, 14 Abgeordneten im Antragsmammel saßen und dann 2, 3, 4, 5 Leute vielleicht, weil sie nichts anderes zu tun hatten, dann auch dabei waren, von extern oder wie auch immer, dann ist das wenig. Also wenn ich mindestens die gleiche Anzahl an externen Beteiligten da ist, wie die Abgeordneten anwesend sind, ist die Sinnfrage schon sicherlich zu stellen. Jetzt kommt der Freitag. Freitag war von vielen, übrigens auch von mir, als nicht besonders glücklicher Termin gesehen worden. Aus vielerlei Gründen. Moni nennt einen Termin, sie legt auch private Termine Freitagabend um. Wir reden hier von Freitagabend, wohl bemerkt. Ob man es nicht Freitagnachmittag machen könnte, da war dann eben die Nähe zur Abgabe und zur Veröffentlichung der Anträge dann sehr fraglich und beziehungsweise das lässt sich nicht durch. Wir hören von Grumpy, er hatte am Wochenende Zeit, die Anträge zu lesen. Ja, ganz genau, das ist der Punkt. Wir kriegen um zwischen 12 und 1 Uhr, kriegen wir die bis dahin eingereichten Anträge per E-Mail beziehungsweise Link auf die OwnCloud zu Gesicht die Möglichkeit besteht. Ob das überhaupt aufgrund der Termin, Frist und Zeitlage jedes Einzelnen dann überhaupt bis abends gelesen werden kann, geschweige denn verständlich gelesen werden kann, mit der Möglichkeit, darüber nachzudenken und dann Anregungen zu machen, Nachfragen zu stellen, zentral, die für außerordentlich problematisch und fraglich. Ich plädiere dafür, wenn wir den Antragsmammel machen, das Antragsmammel machen, dass wir das und das macht dann auch Sinn als Schnittstelle zur dann am darauffolgenden Fraktionssitzung, dann lassen wir es doch Montag versuchen, Leute. Nein? Nein, gut, dann Montag auch nicht, dann lassen wir es doch bleiben, weil eins steht jedenfalls für mich fest, die Nummer Freitags wird nicht laufen, weil ich werde zwischen 12 Uhr mittags und 18 Uhr oder 19 Uhr Freitagabend werde ich keine Gelegenheit haben, fünf oder sechs Anträge, wie wir sie teilweise haben, verständlich zu lesen und mir darüber klar zu werden, wie ich mit diesem Antrag umgehen möchte, persönlich. Das wird nicht klappen. So, und genau das ist das Resultat. Schleichend, immer weniger Leute nehmen teil, immer weniger Leute haben Interesse, die haben ja nicht alle weniger Interesse an den Anträgen, das sehen wir ja dann auch in den Diskussionen, die dann am Dienstag folgen, hier in der Fraktionssitzung oder von mir aus auch außerhalb der Fraktionssitzung oder irgendwelcher Gremiensitzungen. Ja, dann lass uns das überlegen, ob wir einen anderen Termin wählen, der dann nach der Veröffentlichung der Anträge liegt oder überhaupt was bleiben lassen. Ganz einfach. So ist das. Also, lass uns bitte nicht hier dieses Placebo aufrechterhalten, wir machen das für die Basisbeteiligung. Nee, also das, Leute, könnt ihr mir verkaufen, wie ihr wollt. Diese Nummer läuft nicht. Wir diskutieren die Anträge hier unter uns. Die Basis, die kann ja gar nicht mit abstimmen. Selbst wenn da irgendeine Anregung von außen kommt, wird die in den seltensten Fällen aufgenommen. Ja, also von daher, lass uns bitte nicht hier dieses Ding aufrechterhalten, von wem wir machen das mit der Basisbeteiligung bezüglich unserer Anträge. Das ist Quatsch. Das hat nie stattgefunden und es wird auch nicht stattfinden. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich muss mich deswegen nicht von der Seite ankommen. So, mehrere Dinge. Wir haben ja auch außerhalb dieser Fraktion mit verschiedenen Terminlichkeiten und wiederkehrenden Terminen diverse Erfahrungen gemacht. In der Partei und bei anderen Organisationsformen ist es so, dass man einen wiederkehrenden Termin braucht. Einen wiederkehrenden Termin, der sich am Kalender festmacht. Macht sich ein wiederkehrender Termin an einem flexiblen Datum fest, funktioniert das nicht. Es ist für uns vielleicht total toll, das mit den Plenartagen zu synchronisieren. Denn außerhalb dieser Plenartag synchronisierten Menschen, wie wir sie hier sind, interessiert das keinen Menschen. Kein Mensch weiß, wann hier Plenartage sind. Dementsprechend hat das, wie Dietmar das schon erläutert hat, von Anfang an daran geschwächelt, dass wirklich Menschen daran teilgenommen haben, weil die diesen Termin eben nicht auf der Uhr haben, weil der eben nicht mit dem wirklichen Leben synchronisiert ist, sondern mit dem, was hier plenar gespielt wird. Ich stelle jetzt mal einen Raum, dass es vielleicht auch gar nicht unbedingt ganz wichtig ist, dass wir das mit den Plenartagen synchronisieren. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir einen Tag im Monat im Mumble über, ich möchte die Einrastfunktion übrigens nicht aktivieren. Grumpy, es gilt für dich. Vielleicht ist der erste, ich spinne da jetzt einfach rum, vielleicht ist der erste Montag im Monat gar nicht schlecht, dass wir sagen, was wir in der vergangenen, seit dem vergangenen Monat gemacht haben und auch für den nächsten Monat planen. Ob das dann in der letzten Plenarrunde war, ob das in der nächsten Plenarrunde kommt, ist für die meisten Menschen gar nicht wichtig. Wenn wir eine Kampagne zu irgendeinem Antrag machen wollen, müssen wir das außerhalb dieser Runde machen oder frühzeitig in diese Runde einbringen. diese Synchronisation mit den Plenartagen hilft halt nicht für ein wiederkehrendes Datum. Das, wie gesagt, haben wir außerhalb oft gesehen, dass das funktioniert nicht. Das funktioniert in anderen Initiativen auch nicht. Und ich glaube halt, dass wir es tatsächlich nicht brauchen. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass zum Beispiel gerade im Mumble die Termine, die regelmäßigen Termine des Landesvorstandes sehr gut angenommen werden, die Polgev-Termine werden sehr gut angenommen. Da sind jedes Mal 30, teilweise 40 Leute. Wenn das bei uns, Frank sagte das eben so im Nebensatz, auch bei uns waren schon mal viel mehr Leute da. Ja, das war, wenn wir zufällig in dem Monat auf den Polgev-Termin des Bundes gekommen sind oder eines anderen regelmäßigen Termines. Wenn das zufällig mit dieser Plenarsynchronisierung hingehauen hat, dann waren zuerst bei uns viele Leute, weil wir früher getagt haben, als hinter die Polgev-Runde. Sobald die Polgev-Runde oder eine andere immer wiederkehrende Runde der Partei stattgefunden hat, sind die Leute auch abgewandert. Klar haben die gerne mit uns diskutiert. Aber diese wiederkehrenden Termine haben eine ganz andere Wichtigkeit. So, wiederkehrend, planbar, immer an dem gleichen Ding. Und das kann man jetzt festmachen am ersten Montag oder sonst wie, völlig Wumpe. Freitag ist übrigens, wie wir von Stammtischtagen wissen, auch nicht immer der ideale Tag. Danke. Danke. Die Statistik, die du gerade erwähnt hast, die hätte ich gerne mal. Also der Vergleich, dass jetzt immer, wenn Polgev-Runde ist, am meisten... So hatte ich es gerade verstanden. Okay. Ich meine, es spricht überhaupt nichts dagegen, zum Beispiel nur eine Fraktionssprechstunde am ersten Montag im Monat einzuführen. Auch coole Idee. Können wir machen. Oder irgendeine Art von anderen Namen dafür. Also die Fraktion sprechen zu können am ersten Montag des Monats. Hat, denke ich mal, mit dem, was das Antrags machen will, sein sollte, nicht viel zu tun. Dietmar, an einer Stelle gebe ich dir recht, wir haben zwei Formate, oder wir haben zwei Dinge mit dem Antragsmammel machen wollen. Wir haben unsere erste Abstimmung der Fraktionäre über die Anträge da eingebaut. Und wir wollten uns mit Interessierten über den Inhalt der Anträge austauschen und die vorstellen. Ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, was am Anfang stand, unsere interne Vorabstimmung zu den Anträgen oder das Sprechen mit den anderen oder ob es beides gleichzeitig war, wie auch immer. Ganz klar müsste man, um tatsächlich auch relevant abstimmen zu können, die Anträge vorher alle kennen. Und das ist mitunter nachmittags schwierig, sechs Stück durchzugehen. Ist mir auch so gegangen. Ich habe viel aus dem Bauch raus dann abgestimmt. Da kann man sicherlich darüber reden, dass man sowas vielleicht nicht macht, aber inhaltlich darüber zu reden, das war mindestens der zweite Punkt und wenn nicht sogar der wichtigste, dass man die einfach vorstellt, guckt, wie sie ankommen und Anregungen noch aufgreift. Das war ja ein Hintergrund dafür. Wurde gerade gesagt, dass die Terminlage schwierig ist, aber wir haben die ganze Zeit festgestellt, dass jeder Termin schwierig ist, wo wir uns alle zusammenfinden wollen. Ich habe noch einen Vorschlag gemacht, das etwas geraffter zu machen, sich zum Beispiel eine Stundenfrist zu setzen, 19 Uhr bis 20 Uhr und dann ist Schluss. Nicht ins Quatschen kommen, sondern halt gezielt und stringent irgendwie durchgehen. und Tose, völlig richtig, dass wir hier viel eher an Termine, wie soll ich, nicht gebunden sind, aber viel mehr in Terminen denken, als die Leute draußen. Die denken auch an Termine, aber ganz andere Termine. Ist völlig richtig und dann kommt aber wieder der Punkt mit der Werbung. Was im Moment passiert, dass halt Freitags, Nachmittags die Mail rund geht, hey, wir haben gleich Antragsmammel, seid alle dabei. ist schwierig, das sehen natürlich viele erst irgendwie später am Abend. Deswegen könnte man zum Beispiel montags anfangen, hey, kommender Freitag ist wieder unser Antragstermin und wir werden um 19 Uhr darüber reden. So, und dann kann man halt zwei oder drei Mails die Woche schicken und dann mal gucken, ob dann irgendwie die Beteiligung stärker ist oder nicht. Wäre mein Vorschlag. Gut, und auch nicht der Mann mit dem Mikro. Ja, auch gut. Gut, die 15 Minuten zu dem Punkt sind rum, ich habe aber auch keine weiteren Wortmeldungen. Von daher wären wir jetzt am Ende des öffentlichen Teils und ich muss zu diesem Punkt resümieren. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder darüber reden und zwar mit konkreten Vorschlägen, wie es weitergeht. Der Grumpy möchte sich ja schlauer machen. Der Frank hat sich gerade bereit erklärt, E-Mails zu schreiben vor dem Termin, damit da auch Leute teilnehmen. Wir werden sehen. Freitag ist wieder soweit. Ja, Quatsch. Letzten Freitag war. Ja, okay. Entschuldigung, alles wird gut. Ich bin in der Woche verrutscht im Kopf. Nächste Woche ist ja wieder Plenum. In drei Wochen ist es wieder soweit. Also in drei Wochen. Genau. Gut. Dann sind wir beim Ende des öffentlichen Teils. Wohin müssen wir uns verabschieden? Wir verabschieden uns nach Hürth. Da in die Kamera. Wiedersehen Hürth. Hürth führt. Oder so ähnlich. Alles klar. Alles klar. Und dann kommen wir jetzt zum nicht öffentlichen Teil inklusive Fraktion. Frau Präsidentin. Danke. 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 Vielen Dank.